Geht jetzt wieder? Jetzt geht es wieder? Okay. Ja, wir müssen nur den Tafsih von Ibn Kathir lesen. So wie Mariam uns den auch vorgelesen hat. Ist Mariam in der Röhre? Ja, bestimmt. Ja, wenn Mariam später reinkommt, kann sie uns das nochmal vorlesen, Tafsih in Ibn Kathir. Hören wir weiter. Viele Geschichten über den Propheten und Friede sei mit ihm, die seinen noblen Charakter zeigen. Also, einmal brachte ein armer Mann den Propheten Trauben als Geschenk. Der Prophet aß eine nach der anderen, aber er bot keinem seiner Gefährten Trauben an. Der arme Mann ging glücklich fort. Da fragten die Gefährten, warum er ihnen keine gegeben hatte. Der Prophet antwortete, dass die Trauben sehr sauer gewesen waren. Hätte er sie den Gefährten gegeben, hätten sie vielleicht ihr Gesicht verzogen und damit den alten Mann gekränkt. Siehst du die Güte des Propheten? Das ist in der Tat eine schöne Erzählung. Das ist in der Tat eine schöne Erzählung. Aber Ali, ich habe unlängst eine Fatwa dazu gelesen. Siehst du, die Muslime versuchen sich so gut, es geht an die gute Seite von Mohammed. Also es gibt ja auch in den Hadithen auch eine andere Seite, wo er so ein bisschen liebevoller ist, so ein bisschen barmherziger und sowas. Aber dann gibt es auch die Hardcore-Seite von ihm. Und die meisten Muslime lassen halt diese Hardcore-Seite von ihm außer Acht. Das ist sehr, sehr gefährlich. Weil diejenigen, die sich dann auf seine harte Seite beziehen, beziehen sich genauso auf ihn, wie die, die sich auf die Barmherzigkeit von Mohammed beziehen. Versteht ihr, wie gefährlich das ist, die Person Mohammeds? Er ist sowohl als auch. Sowohl als auch. Im Internet kursieren viele Geschichten. Eine Fatwa? Ja, ein muslimisches Rechtsgutachten. Es sagt, dass diese Geschichte erfunden ist. Sie kommt nicht aus den Hadithen. Leider gibt es viele erfundene Geschichten. Daher muss man genau auf die Quellen achten. Nur, was im Heiligen Koran steht und in den authentischen Hadithen hat Geltung. Aber auch dort sehen wir, wie vollkommen der Prophet Friede sei mit ihm gewesen ist. In Surah 3 lobt Allah die Menschen, die den Zaun unterdrücken und den Mitmenschen vergeben. Denn Allah liebt die, der Gutes tun. Und der Prophet war ein Spiel... Genauso sieht es aus. An das habe ich auch gedacht. An irgendeinen wie Adi oder Escobar und so. Sie waren ja auch gegenüber ihrem Volk sehr, sehr barmherzig. Aber was haben sie im Gegenzug gemacht? Da haben voll viele Menschen ermordet, ne? TikTok-sportlich. Ja? Nur weil jemand liebevoll ist, heißt es ja aber noch lange nicht, dass sein ganzer Charakter auch liebevoll ist. Weil das sehen wir auch an der Hand von Adi. Er war ja auch sehr, sehr lieb zu seiner Familie, zu seinen Tieren und so. War sehr tierlieb. Er war ja auch sehr, sehr, sehr liebte. Und sich von Millionen Menschen in den Buch, schickte. Ja, da könnt ihr alle das gleiche mal machen. Geht in die Moschee und schaut mal, ob die Muslime die Barmherzigkeit ihres Propheten nachahmen. Geht da rein, zieht eure Hose runter und uriniert einfach auf den Gebetsteppich dort. Dies dürfen sie euch nicht ein Haar krümmen. Gucken, ob sie es aushalten. Denn eure Aufgabe besteht darin, es den Menschen leichter zu machen, nicht es ihnen zu erschweren. An anderer Stelle sagt der Prophet weise, der wahre Starke ist nicht derjenige, der in einem Ringkampf siegt, sondern der wahre Starke ist derjenige, der sich in seinem Arm beherrscht. Als Barmherzigkeit, habe ich es gehört. Jetzt habe ich aus Versehen eine Hohre runtergescrollt. Oder, der von Allah am meisten gehasste Mensch ist der unverschämt Streitsüchtige. Der Prophet, Friede sei mit ihm, verkündete auch Toleranz. Als einmal die Leute ihn aufforderten, die Götzendiener zu verfluchen, antwortete er, ich bin nicht gesandt worden als Flucher, sondern... Habt ihr das gerade gehört? Der Mohammed wurde nicht gesandt als Flucher, aber an seinem Sterbebett hat er die Juden und Christen verflucht. Seht ihr? Alles widersprüchlich. Hängt das oder hört ihr mich gut? Jetzt ist wieder... Jetzt wird's gut. Genau. Genau. Und dein Hetz. Hallo, das ist keine Hetz, das ist Aufklärung, Mann. Was Hetz? Das ist zwar Hetzologie vom Feinsten, in Sachen Aufklärung, aber... Ne? In Liebe. In Love. Danke, Bess. Danke, Löwes. Love is India. Das geht euch nicht mehr aus dem Kopf, ne? Kommt zum Herrn, zur einzigen Wahrheit. Genau. So sieht das aus. Kommt zum Herrn, zur einzigen Wahrheit. Der ist der Vollkommene, der Perfekte, der Heilige, der Gerechte. Als Barmherzigkeit. Der heilige Koran lehrt ja, es soll kein Zwang sein im Glauben. Wie du siehst, Zeck, unser Prophet, Friede sei mit ihm, war barmherzig, er war bereit zu verzeihen, milde und um die Menschen besorgt. Habt ihr das gehört? Der war barmherzig und bereit, immer zu verzeihen. Warum hat er dann nicht Kabe mit Aschraf einfach verziehen, als dieser ihn kritisiert hat? Nur Kritik. Er hat ihn nicht mal angegriffen. Wahnsinn, ne? Milde. Ja. Ja, das ist die Gehirnwäsche, die Muslimen unterzogen wurde. Das ist die Gehirnwäsche. Das ist die Gehirnwäsche. Herz und war großzügig. Großzügig. Bei Al-Bukhari heißt es, der Prophet schlug nie jemandem etwas aus, wenn er ihn bat. Außerdem leitete er viele soziale Reformen ein. Damals war es unter den Arabern üblich, Kinder, vor allem Mädchen, die sie nicht wollten, in der Wüste im Sand zu vergraben. Seht ihr die Lüge? Der Prophet, Friede sei mit ihm, verurteilte diese gottlose Praxis. Er setzte sich für Witwen und Weisen ein. Das ist das Propaganda. Er erkannte ja das Los der Arme. Er verbesserte die Situation der Frauen. Ihr Zeugnis vor Gericht machte er gültig. Damit konnten sie sogar eine Scheidung beantragen. Er war auch mutig im Kampf gegen die Feinde. Vor allem aber brachte er den Menschen den Glauben an den einen wahren Gott und führt die viele aus dem geistlichen Irrtum des Götzendienstes. Das hört sich nach einem ganz anderen Mohammed an, als den, den wir kennen, ne, ihr Lieber? Nach einem ganz anderen Mohammed, ne? So sind Muslime. Das glauben sie von ihren Propheten. Wahnsinn, ne? Das glauben sie ernsthaft. Das ist ja das Schlimme. Sie glauben fest daran, dass Mohammed so ein Mensch war. Absolut krass, ne? Das ist ja das Schlimme. Aber mir kommt gleich wieder. Sssst. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hello, nice to see you Here is her, good now Thank you, thank you So, we'll be right back to him Das ist echt interessant, dieses Gespräch Und jetzt die Reaktion von ihm Danke Ich danke euch Ich sehe, wie hoch ihr euren Propheten schätzt und ehrt Ich bin sicher, eure Gelehrten haben sich bemüht, euch das Vorbild Mohammeds zu zeigen Und euch dadurch zu guten Muslimen und guten Menschen zu machen Mit anderen Worten, die Gelehrte haben gut euch getäuscht, was die Person Mohammed angeht Weil wenn wir in die gleichen Schriften eintauchen In der ihr mir beweist, dass Mohammed so ein barmherziger Mensch war Genau die gleichen Schriften benutze ich, um euch zu zeigen, dass Mohammed alles andere als barmherzig war Wahnsinn, ne? Und daran sieht man, dass man dem Islam überhaupt nicht vertrauen konnte Ah, keine Frage Mohammed trat gegen die Götzen auf Er verkündete einen Gott Er lehrte Großzügigkeit gegenüber den Armen und übte sie auf Er verurteilte Diebstahl, Unzucht und Kindesmord Er lobte die Befreiung von Sklaven Konnte milde und nobel sein Aber macht ihn das zu einem Gesandten Allah? Genau, macht ihn das zu Gesandten Gottes Gab es nicht gute und weise Menschen zu allen Zeiten? Und was, wenn diese gute Seite des Propheten, die ihr beschreibt, nur die halbe Wahrheit ist? Nur die halbe Wahrheit ist? Aus denselben Hadithensammlungen, aus denen ihr mir die Güte des Propheten zeigt Stammen auch ganz andere Berichte Ihr sagt, dass Mohammed ein Mann des Friedens war Wie kommt es dann, dass er allein zwischen 623 und 630, also in weniger als 8 Jahren 28 militärische Kampagnen führte? Ihr würdet sagen, dass dies nur zur Verteidigung geschah Doch eure eigenen Quellen berichten von zahlreichen Überfällen auf Karawanen aus Mekka Es waren Angriffe durch Muslime Ja, aber diese Überfälle waren gerechtfertigt Als die Muslime wegen der Verfolgung aus Mekka flüchteten, mussten sie viel von ihrem Besitz zurücklassen Sie holten sich also nur zurück, was ihnen gehörte Wirklich? Und warum waren sie entschlossen, so viele als möglich dabei umzubringen, wenn es nur um die Güter ging? Man kann die Sache bei Ibn Mishak und Ibn Kafir nachlesen Aha! Waren denn die Karawanentreiber schuld, dass sie den Tod verdienten? Laut euren eigenen Quellen waren die Überfälle Vergeltung für die Schmähung des Propheten So sieht's aus Diese vielen Überfälle hündeten schließlich in der Schlacht von Badr Auch hier waren die Muslime die Angreifer Die Mekkaner schickten 900 Mann, nicht um die Muslime anzugreifen, sondern um eine Karawane zu schützen Es waren Muslime, die den Befehl zum Angriff hatten und sie zur Schlacht zwangen, indem sie ihnen den Weg zum Wasser abschnitten Ich erfinde das nicht Ihr könnt es in euren eigenen Quellen nachlesen Siehst du? Oder wie war der Angriff auf den Ort? Was Mohammed den Quraysh angetan hat, was die Muslime der damaligen Zeit den Quraysh angetan haben Das ist unglaublich Kutbani Mustalik, ein defensiver Krieg Sahih al-Bukhari berichtet, dass der Prophet plötzlich und ohne Bearmung über die Menschen hereinbrach Aha! Sie waren gerade dabei, die Rinder zu tränken Aha! Die kampffähigen Männer wurden getötet und die Frauen und Kinder gefangen genommen So sieht es aus Eine der Frauen, die sehr schön war, nahm sich der Prophet sogar zur Ehefrau Das da war das Magbuiria Und der Prophet nahm sie nicht einfach, sondern er fragte sie und sie belegte ein Und das geschah aus Liebe und Achtung, aus Dankbarkeit Mohammed schlachtet einfach ein Dorf ab, Diktok Sport nicht Und dann nimmt er sich dort die schönste Frau und dann sagt dieser Islamkritiker, sagt er Da hat der Mohammed sie zur Frau genommen, dann sagt dieser Muslimin, sie hat das freiwillig getan Also dann sagt er, bei aller Liebe, also die hat es dann freiwillig getan, ihn als Mann zu nehmen Wenn sie sieht, dass ihr ganzes Dorf abgeschlachtet wird, ist das also Freiwilligkeit oder was? Die Muslime sind am Ende Die Muslime sind am Ende Es ist einfach nur peinlich, was die Muslime hier in Europa verzapfen Jetzt versteht ihr auch, warum der Islamische Staat in Irak und Syrien so brutal vorgeht Weil sie das nicht leugnen Weil sie die Sira von Mohammed so sehen, wie sie auch ist Deswegen haben sie das den Jesidinnen angetan Die Biografie Mohammeds ist die Personifizierung des islamischen Staates Heftig, ne? Auch wenn eure Quellen betonen, wie das Heiratsangebot durch den Propheten großzügig die Schmach der Niederlage von den Besiegten abwendete Und ihrem Stamm erlaubte, ehrenhaft Muslime zu werden Habe ich eine andere Sicht Für mich war diese Frau mutig Sie brachte sich selbst als ein Opfer für Erfolg Denn nachdem sie in die Hochzeit einwilligte Lies Mohammed die Gefangenen frei Und gab die geplünderte Beute zurück Seht ihr, erst als diese Frau Vom Stamm So mit Mohammed geheiratet hat Erst dann hat er aufgehört Da, äh, weiter Ja, dementsprechend weiter Nackentherapie zu machen Wahnsinn Die vielen Toten Die konnte euer Prophet natürlich nicht wieder lebendig machen Und nicht immer ging die Sache so aus Als die Muslime ihre Gegner bei Hunayn So glaube ich spricht man das aus Hunayn Besiegten Eine Schlacht, die in Surah 9 des Korans erwähnt wird Da trug sich folgendes zu Sahin Muslim und Abu Dawud berichten Dass nach dem Sieg einige Gefährten des Apostels zögerten Sex mit den weiblichen Gefangenen zu haben Seht du Da deren heidnische Männer noch am Leben war Seht ihr Lobte Mohammed sie für ihr Zögern Und verbot Sex mit Gefangenen Seht ihr Nein Stattdessen offenbarte er ihnen plötzlich Einen neuen Vers des Korans So ist das Und Verboten sind euch verheiratete Frauen Ausgenommen solche Die eure Rechte besitzt Das heißt Sklavinnen Sklavinnen Mohammed erlaubte seinen Gefährten Also Sex mit den erbeuteten Sklavinnen zu haben Ist das gut Oder was ist mit dem jüdischen Stamm Der Banu Keresa Bei der Grabenschlacht Als die Mekaner Medina belagerten Halfen sie den Muslimen Indem sie ihnen Geräte borgten Aber so behaupteten wenigstens die Muslime Die Juden Die späten Greifern Indem sie ihnen Essen lieferten Mohammed zog darauf hin Zur Festung der Keresa Die Juden waren bereit Die Burg ohne Hab und Gut zu verlassen Und die Anlage Mohammed zu übergeben Mohammed aber forderte ihre bedingungslose Aufgabe Das taten sie Nach 25 Tagen Daraufhin wurden alle Männer Und alle Knaben Die schon Schamhaare hatten Enthauptet Siehst du Die Gefährten Mohammeds halfen dabei Al-Ali wird erwähnt Und Al-Zubair Sie töteten 600 bis 900 unbewaffnete Männer Frauen und Kinder wurden versklavt Und einige für Waffen und Pferde verkauft Das was sie den Jesiden angetan Habt ihr das gesehen Diese ekelhaften Videos des islamischen Staates Als sie die Jesiden Alle nacheinander In so In Ketten geführt haben Zu ihrem eigenen Grab Und das haben sie auch Das hat Mohammed damals Den Juden angetan Ja Das hat der Mohammed Den Juden von Banu Quraiza angetan Er hat Gräben in Medina Ausgraben lassen Und dann hat er 600 bis 900 Juden Nach und nach Nach der Therapie verpassen lassen Und die Leute des islamischen Staates Haben dann nach und nach Die Jesiden In Massengräbern Dann umgelegt Wisst ihr wie grausam der Islam ist Deswegen Jedes Land Das den Islam ablehnt Als Religion Und auch nicht Fuß fassen lässt Ist ein sehr sehr Intelligentes Wundervolles Land Wundervolles Land Mit einem sehr sehr scharfsinnigen Verstand Ja Wie ich euch das gesagt habe Man müsste diese Leute Eigentlich vor die Wahl stellen Entweder Islam Dann bitteschön Ein islamisches Land suchen Oder Demokratie Mit uns Neben uns In Freiheit zu leben Das war's Beides passt ja nicht Scharia und Demokratie Geht ja nicht Deshalb Islam und Demokratie Ist ja niemals Miteinander vereinbar Beute verteilt Aber Sag Das Urteil über die Caresa Hat nicht der Prophet Selbst gesprochen Er ließ einen Richter einsetzen Dem zuvor auch die Juden zustimmten Und das macht diese grausame Tat gerecht Stand der Prophet nicht über Einen ungerechten Richter Der vielleicht selbst Angst Vor den Muslimen hatte Und deswegen so urteilte Waren denn alle Hingerichteten Männer Wirklich Verräter Hatten sie denn alle Gegen die Muslime gekämpft Waren alle schuldig Knaben, Frauen und Kinder Hätte Mohammed sie nicht Gehen lassen können Wenn er der stets Wilde, gütige, vollkommene Gesandte Gottes war Nein Mohammed selbst Nahm sich an jenem Tag Eine Sklavin aus dem jüdischen Stamm Safir Oder was ist mit den Kaiba Ein friedliches Bauerndorf Ibn Ishak berichtet Wie die Muslime zu diesem Dorf zogen Wo die Menschen gerade mit Schaufeln und Körben Auf dem Weg in die Felder waren Diese ganzen jüdischen Dörfer Die haben Mohammed nie etwas getan Er ist einfach losgesucht Er hat die Dörfer einfach vernichtet Und die Leute einfach ausgeraubt Wahnsinn, ne? Ja, natürlich sollen wir unseren Nächsten lieben Aber das heißt ja nicht, dass wir Aufklärungsarbeiten nicht machen sollen Ich möchte nur die Dinge klarstellen So wie der Habt ihr gesehen, als der Pierre Vogels Auf einmal hier in TikTok angekommen ist Und die ganze Zeit Seine eigenen Schriften verdreht Damit sie den Wünschen und den Launen Der Nicht-Muslime angepasst sind Er lügt und betrügt Die ganzen Beteiligten Und auch die ganzen Muslime Die ihm zuhören Die denken Oh, endlich da ist unser Pierre Vogel Der uns weiterhin belügt Und jetzt den ganzen Kuffar zeigt Dass der Islam doch nicht so grausam ist Wie der islamische Staat ihn darstellt Es ist unglaublich Und diese armen Muslime Die Pierre Vogel zuhören Sind nicht in der Lage Selber auf die Suche zu gehen Um die Geschichte des Islams Wirklich eins zu eins So zu sehen, wie sie auch ist Ohne etwas zu verschönigen Oder drumherum zu reden Nein, nein Die Muslime haben verlernt Ihren Verstand zu benutzen Das ist das Sie haben es verlernt Sie nehmen sich nicht die Zeit zu lesen Sie nehmen sich nicht die Zeit Ein aufklärendes Video darüber zu sehen An den so Menschen aus Die sich im Krieg befanden Nein, es waren Bauern Sie flohen Mohammed griff sie nicht sofort an Erwartete Ob sie morgen den Gebetsruf anstimmen würden Der kam nicht Da sie also nicht zum Islam konvertiert waren Griff Mohammed sie an Seht ihr? Vielleicht wurden sie ja angegriffen Weil sie mit den Feinden Allahs verbündet waren Die Kaiba? Warum durften sie dann nach der Eroberung Und durch die Muslime in ihrer Oase bleiben? War die Gefahr des Verraten Ungegangen? Nein Damit ging es um Beutete und Profit Die Kaiba durften bleiben Nur mussten sie nun die Hälfte des Ertrags Ihres eigenen Landes an die Muslime abliefern Ein paar Jahre später Wurden sie trotzdem von Kalif Umar vertrieben Denn nun wurde die arabische Halbinsel Von allen Nichtmuslimen gesäubelt Seht ihr? Wie glaubt, Islam brachte den Menschen Frieden? Wollen nur denen, die sich dem Islam unterwarfen Kleid ist nie etwas Schönes Aber du vergisst zurück Dass auch die Israeliten Krieg geführt haben Sicherlich Und vieles davon ist hart zu ertragen Aber hier ist der Unterschied Kein Jude oder Christ muss sich heute daran ein Beispiel nehmen So wie Muslime sich an Mohammed Dem angeblich so vollkommenen Menschen Ein Beispiel nehmen müssen Im Gegenteil Der Christ muss versuchen Jesus auf einem ganz anderen Weg nachzufolgen Ein Weg der Liebe und Vergebung Selbst für die Feinde Die Christen müssen bereit sein Für ihren Glauben zu sterben Seht ihr? Nicht für ihren Glauben zu töten Seht ihr? Jesus sagt Alle die zum Schweren Seht ihr? Wir Christen müssen bereit sein Für unseren Glauben zu sterben Und nicht zum Schwer zu greifen Um uns für unseren Glauben zu töten Aha Das ist der große Unterschied Ja genau Siehst du Sayy al-Bukhari Sehr gut Da habt ihr es 3152 Vertreibt alle Christen Siehst du Das war Mohammed Das ist mit einer der wichtigsten Gespräche Das ist so gut gemacht worden Wirklich Hut ab Von demjenigen Der das erstellt hat Wirklich Hut ab Absolut korrekt recherchiert Absolut korrekt widerlegt Und Immer noch So ruhig und locker geblieben Hammer Schwert greifen Werden durch das Schwert rumkommen Ja Und danach Lebten die ersten Christen auch Sie machten keine Beute Sie versklavten keine Frauen Für Geschlechtsverkehr Sie unterwarten sich Ja genau Philippa 1,21 Denn Christus ist mein Leben Und Sterben ein Gewinn Richtig? Richtig 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 Amen Nicht die Welt mit Waffen Sie waren bereit Noch im Tod Für ihre Verfolger zu beten Seht ihr? Mohammeds Botschaft War ganz anders Sicher Er war ein kluger Mutiger Eroberer und Feldherr Und als solcher Begann er seinen heiligen Krieg Zur Unterwerfung der Welt Und zur Ausbreitung des Islam Seht ihr? Das stimmt nicht Der heilige Krieg Der Dschihad Ist zuerst ein Kampf Gegen sich selbst Ein Krieg ist es nur Wenn Muslime Sich verteidigen müssen So wie wir schon In den Beispielen gesehen haben In Sahih al-Bukhari Fragte ein Mann Den Propheten Welcher sei Der für die Sache Allahs kämpfe Jener der Beute machen will Jener der berühmt werden will Oder jener der seine Waffenkunst Zeigen möchte Darauf antwortet der Prophet Es ist der Der dafür kämpft Dass Allahs Road Der Islam Durchgesetzt wird Durchgesetzt wird Seht ihr? Und was geht es also? Um Selbstvertrauen? Siehst du Wisst ihr noch Als der islamische Staat Gesagt hat Da gab es eine Szene Von Wise News Das könnt ihr euch alle Angucken Das ist mit Die beste Dokumentation Über den islamischen Staat Die Leute von Wise News Haben die Berichtung gehabt In den islamischen Staat Zu reisen Und dort die Kämpfer des islamischen Staates Zu interviewen Und da gab es Ein Checkpoint Wo ein Islamischer Staat Also ein Soldat Des islamischen Staat Gesagt hat Hat er auf seine Kalaschnikow gezeigt Und hat gesagt Damit werden wir Scharia durchsetzen Damit werden wir Scharia durchsetzen Aufgrund der Aussagen Von Mohammed Damit das Wort Allahs am höchsten steht Auch wenn es den Götzen Die dazu wieder ist Siehst du Danke Danke Guckt euch das bitte an Für diejenigen Die englisch verstehen Wise News Heißt das V-I-C-E Und dann News Auf englisch Tiktok Sportlich Und The Islamic State Wise News Islamic State Das ist die Beste Doku Die ich hier Du kannst ja Diese Dokumentation Von Jürgen Tonhöfer In die Tonne kloppt Die waren direkt An der Front Alles Die haben alles Miterlebt Alles aufgezeichnet Wahnsinn Die haben dort Gezeigt wie der Islamische Staat Funktioniert Wie dort Shizia Genommen wird Wie Wie dort Gehandelt wird Alles Alles Der ganze Alltag Im Islamischen Staat In Irak und Syrien Das war heftig Die Dokumentation Ja genau Wise News Islamic State Ja Hier Leute Da ist das Da Wise News Islamic State Für alle die sich Dafür interessieren Das hatte direkt Nach ein paar Monaten Sofort mehrere Millionen Aufrufe Ihr seht also Wenn Muslime sagen Dass der Islamische Staat Nichts mit dem Islam zu tun hat Dann sind das Ein Haufen von Nichtnutzer Und Jahils Eindeutig Nein Es geht um Die Durchsetzung Des Islam Es geht um Die Durchsetzung Mit Waffen kämpfte Mohammed Mit Waffen kämpfte Abu Bakr In den Ritterkriegen Gegen das eigene Arabische Volk Das sich nach dem Tod von Mohammed Vom Islam abwandte Wovon redet der Gerade hier Dass Abu Bakr Gegen sein eigenes Volk gekämpft hat In den Ritterkriegen Nach dem Tod Mohammeds Sind sehr sehr viele Leute Vom Islam abgefallen Und wollten gar nicht Die Sakat mehr bezahlen Und dann Wurde Abu Bakr So zornig Als er gesagt hat Ich werde euch bekämpfen Und hat alle Leute bekämpft Und umgebracht Tiktok sportlich Die keine Sakat bezahlt haben Also diese Steuer da Almosensteuer Wahnsinn Mit Waffen Breiteten die Kalifen Die Botschaft des Islam Von Indien wie Spanien aus Sie waren Krieger Keine Missionare So ist das Sie ließen nicht Ihren Besitz zurück Es gibt keine Missionierung im Islam Das was wir hier sehen Ist nur die zweite Etappe in Mohammeds Leben Die Verkündigung Sie laden euch Jetzt nur so lange ein Bis sie die Oberhand haben Wenn sie die Oberhand haben Dann werden sie nicht mehr Dauer machen Sie werden euch Und Allahs friedlich zu verbreiten Diese Zeit war vorbei Nachdem Mohammed in Medina Seine Armee bekam In Mekka Hat er noch als friedlicher Prediger gewirkt Seht ihr Und wenig Erfolg gehabt Als kein Erfolg gehabt Medina's im Rücken Änderte sich das Wie viel Blut tropfte von seinem Schwert Und den Zwiebeln seiner Gefährten Mächtig wurde er Und mächtig wurden seine Kalifen Ist es ein Wunder Dass bald Muslime mit Muslimen kämpften Sie stritten in der ersten Fitna Um die Vorherrschaft Die einen metzelten die anderen nieder Wie in der Schlacht von Narwan In der Schlacht von Narwan Muslime gegen Muslime Sie schlachten sich da nieder Bis zum geht nicht mehr TikToksport nicht Das ist so eine grausame Geschichte Was der Islam für ein Vermächtnis hinterlassen hat Wenn also Katholiken und Protestanten in Irland Gegeneinander kämpfen Dann sind das christuslose Christen Weil Christus gesagt hat Liebe deinen Feind Tu wohl denen die dich hassen Und bitte für die die dich beleidigen und verfolgen Und wer zum Schwert greift Wird umkommen durch das Schwert Pack das Schwert weg Absolute Gewaltlosigkeit Seht ihr Es sind also christuslose Christen Aber wenn Muslime die Vorherrschaft haben wollen Dann wollen sie ja regieren So wie ihr Prophet Wie ihr Mohammed Sie wollen über die anderen herrschen Und erklären die anderen Muslime zu Kuffan Das ist Wahnsinn Ganz gefährlich Und der Prophet nahm sie nicht ein Von den ersten vier Kalifen Statt nur der erste eines natürlichen Todes Und sind nicht die ersten vier es Die von allen Sunnis als rechtgeleitete Kalifen betrachtet werden? Nach den bescheidenen Anfängen im Mekka Wolle der Islam mit einer Armee mülken Wie ein neuer Glaube Den Eindruck habe ich zumindest Wenn ich eure Quellen lese Es tut mir leid Und ich weiß Das ist schwer für euch anzuhören Es ist nicht meine Absicht Über euren Propheten schlecht zu reden Bitte überprüft alles was ich sage Seht ihr Überprüft alles was wir sagen Ja Mohammed tat Gutes Aber es gibt auch eine andere dunklere Seite Er ließ Gegner und Dichter Die über ihn spotteten Feige ermorden Er bestrafte manchen Seht ihr Er ließ Dichter Und Leute die ihn kritisiert haben Feige ermorden Der Mohammed TikTok sportlich Das finden wir in Zahibuch Ali 3032 Die Geschichte um Kappel bin Aschlaf Er hat ihn hinterrücks Und Feige ermorden lassen Der Mohammed Heftig ne Zahibuch Ali 3032 Das Video ist heftig ne Das Video ist Gold wert ne Dieses Gespräch Weil ihr wisst ja Dass die Muslime Genauso argumentieren Deswegen hat er das auch so erstellt Das Video Deswegen hat er das auch so erstellt Weil er hat sich schon Millionenfach Diese Argumentation angehört Von Muslimen Und hat er sich das alles aufgeschrieben Und das alles in so eine Art Ja so cartoon mäßig So rübergebracht Voll genial gemacht Ich sag euch später wie das heißt Die Feinde mit fürchterlicher Grausamkeit Ihnen wurden Hände und Füße abgehackt Die Augen ausgebrannt Und man ließ sie im Sand verbluten Und warum Zur Abschreckung Als Strafgericht Allas Al-Bukhari und Zahe Muslim berichten Über die Worte des Propheten Mir wurde von Allah befohlen Gegen die Menschen zu kämpfen Bis sie sagen Dass niemand würdig der Verehrung ist Außer Allah Wo finden wir das? In Zahe Muslim Hadith 22 Müsste das sein Ja genau Sahe Muslim Hadith 22 Mir wurde von Allah befohlen Gegen alle Menschen zu kämpfen Bis sie bezeugen Dass es keinen Gott gibt Außer Allah Und ich der Gesandte bin Kommen sie dieser Forderung nach So sind ihr Leben Und ihr Besitz Von mir sicher Ist es Mörder gewesen Der hat erst aufgehört Das Schwert in die Menschen Reinzuschlagen TikTok sportlich Bis sie die Schahade aufsprechen Hier Da könnt ihr das sehen Top Top Dokumentation Weiß nur Islamic State Der Gesandte Allah Ist Dieser Kampf richtete sich sicher vor allem gegen die Politeisten Aber auch die Juden und Christen wollte er aus der arabischen Halbinsel vertreiben Seht ihr? Selbst jene mit denen er Verträge geschlossen hatte Für alle diese Berichte habe ich die Nummern der Hadithen aufgeschrieben Ihr könnt es nachprüfen Mit Beweise Aber ich verstehe nicht Wie kann all das stimmen Wenn der heilige Koran Der viel wichtiger als alle Hadithen ist Das Gegenteil davon lehrt Surah 2 lehrt Wahrlich Die Gläubigen und die Juden und die Christen und die Sabäer Wer immer unter diesen wahrhaft an Allah glaubt Und an den jüngsten Tag und gute Werke tut Sie sollen ihren Lohn empfangen von ihrem Herrn Und keine Furcht soll über sie kommen Noch sollen sie trauen Alles abonniert Alles abonniert Wollt ihr das nicht verehren, was ihr verehret Noch wollt ihr das verehren, was ich verehre Euch, euer Glaube Und mir, mein Glaube Eine Hadithe kann nicht wahr sein Wenn sie dem heiligen Koran widerspricht Der heilige Koran lehrt die Wahrheit Ich habe mich anfangs abgewundert, dass es solche Unterschiede gibt Aber es gibt sie nicht nur zwischen Koran und den Hadithen Im Koran selbst gibt es solche Verse, wie du sie zitiert hast Und Verse, die ganz anders klingen In Sura 9 zum Beispiel heißt es Kämpfet wieder diejenigen aus dem Volke der Schrift Also das sind die Juden und Christen Die nicht an Allah und an den jüngsten Tag glauben Und die nicht als unerlaubt erachten, was Allah und sein Gesamt als unerlaubt erklärt haben Und die nicht den wahren Bekenntnis folgen Bis sie aus freien Stücken den Tribut entrichten Und ihre Unterwerfung anerkennen Und es gibt viel schlimmere Stellen über das Los der Politiisten Außerdem ist der berühmte Satz Wer einen Menschen tötet, es ist, als habe die ganze Menschheit getötet Und wer ein Leben rettet, es ist, als habe die ganze Menschheit gerettet Auf total gut Kein Vers, den Allah für Muslime offenbart Lest doch die Stelle im Koran Da steht, dass Allah es so für die Kinder Israels angeordnet hat Es geht um Kein und Abel und um das, was Allah dann den Kindern Israels, den Juden, verordnet hat Und was noch interessanter ist, wisst ihr woher der Satz ursprünglich stammt? Wo stammt denn der Satz ursprünglich her? Der stammt aus dem jüdischen Talmud Der Talmud aber ist keine göttliche Offenbarung Sondern die Auslegung von Rabbinern, die im konkreten Fall hier darüber spekulieren Warum im biblischen Vers von Abels Blut im Plural die Rede ist Da heißt es Es ist an Peinlichkeit, an Lächerlichkeit kaum zu überbieten Wenn mir jemand sagt, dass der Koran Jedes Wort da drinnen von Gott stammt An Peinlichkeit, Lächerlichkeit kaum zu überbieten Mohammed hat sogar von jüdischen Rabbinern geklaut und in seinen Koran reingepackt Oder derjenige, der den Koran erstellt hat Das ist einfach ein Kommentar von einem jüdischen Rabbiner Das ist das direkte Wort Gottes Ja, ja, mein lieber Muslim Ja, ja, mein lieber Muslim Dank dem Internet können wir den Islam zerbomben von allen Seiten Das Internet ist die größte Waffe gegen den Islam Dass ihr auch noch alles ins Internet stellt Dass Muslime Stellen alle ihre Bücher von ihren Gelehrten Alles online Du kannst alles TikTok sportlich Alles könnt ihr euch runterziehen Auf PDF Absolut krank Millionen von Muslimen haben den Islam Millionen, aber Millionen Es sind nur noch ganz wenige, die am Islam festhalten Es sind nur noch diese Ignoranten und die Salafis Das war's Und darunter gibt es einige Sekten Ja, wow Das ist das Blut Abels zum Himmel schrie Im Pluran Auf diese Frage erklärt dann ein Rabbi Dass damit die Nachkommen gemeint sein könnten Die nie leben konnten, weil Abel getötet wurde Wer also einen Menschen tötet, in dem Fall Abel Der löscht auch alle seine Nachkommen aus Und umgekehr Wer einen Menschen rettet Der rettet auch alle möglichen Nachkommen Mohammed scheint geglaubt zu haben Dass dieser Gedanke Teil der Tora war Und hat den Satz im Koran übernommen Seht ihr? Ich finde das nicht stimmt Der Mohammed dachte, das wäre ein Satz aus der Tora Und hat den einfach so übernommen Und in sein Koran reingepackt Weil er davon ausging, dass das so das Wort Gottes ist Absolut krank Sure 5 Vers 32 Können die Muslime so ins Gesicht halten Sag mal, von wem ist das denn? Ist das von einem Gott oder woher kommt dieser Vers? Hat das Gott geoffenbart oder ist das von einem Menschen? Ist von einem jüdischen Rabbiner Das ist das direkte Wort Gottes Wie oft habt ihr es gehört? Sagt es mir, ihr Lieben Wie oft habt ihr von Muslimen gehört, dass sie sagen Der Koran ist das direkte Wort Gottes Und alles, was du da drin findest Ist von Allah herabgesandt worden Richtig? Jedes Mal Das ist so Wir sind so am Ende Das ist unglaublich Ja, ich wünsche mir von ganzem Herzen Dass die ein oder anderen Augen aufgehen Und die sich dann im Stillen Ich weiß ja nicht, wer hier drin ist Oder wenn wir von außen zugucken Dass du bereit bist, diese Religion in Frage zu stellen Und auf die Suche zu gehen Im Zeitalter des Internets Darfst du dich doch nicht reinlegen lassen, Mann Du hast doch das Internet zur Verfügung Setz dich hin und geh dem Ganzen nach Am Ende wirst du den Islam verlassen Und am Ende des Tunnels ist der Herr Jesus, der auf dich wartet Und er sagt, mein Kind, ich liebe dich Ich habe für dich bezahlt Komm zu mir Es ist ja ein schöner Gedanke Aber das war jetzt Surah 532 Diesmal den Vers, der unmittelbar darauf folgt Nummer 33 Der Lohn, derer, die Krieg führen Gegen Allah und seine Gesandten Und Unordnung im Lande zu erregen trachten Wäre der, dass sie getötet oder gekreuzigt werden sollten Und dass ihnen Hände und Füße abgeschlagen werden sollten Für den Ungehorsam Oder dass sie aus dem Lande vertrieben würden Das klingt gleich ganz anders Kreuzigung, Tötung, abgeackte Hände und Füße, Vertreibung Für wen? Für die, die Krieg führen Oder Unordnung im Land zu erregen trachten Und das reicht schon Was heißt denn das? Ja Bedeutet es unordentlich? Unordnung bedeutet im Land, ihr Lieben Wir, die wir an Jesus Christus als den Sohn Gottes glauben Wir dürfen im Land des Islamischen Staates niemals unseren Glauben öffentlich kundtun Das ist, was Allah meint in Surah 5, Vers 32 Sobald wir das tun Wird uns Hände und Füße wechselseitig abgeschlagen Und wir gekreuzigt werden Heftig, ne? TikTok sportlich, natürlich Weil wir, ähm, Verderben im Land zu erregen trachten Das, das meint Allah damit Das ist auch damit, äh, mit dem Begriff Weil das ist ja Schirk Wenn du sagst, äh, Jesus ist der Sohn Gottes Das ist Schirk Politeismus, sagen sie Und das gehört dann bestraft unter der Scharia Wahnsinn, ne? Wir dürfen unseren Glauben nicht offen kundtun Aber die Muslime Was dürfen sie hier, ihr Lieben? Muslime gewähren euch nicht Euren... Dankeschön, mein Lieber, danke dir Dankeschön, dankeschön, dankeschön Muslime erlauben euch nicht Danke, Kosinus Danke auch an alle Muslime erlauben euch nicht In einem islamischen Staat unter der Scharia Euren Glauben öffentlich kundzutun Aber diese Heuchler Hier in Deutschland und Europa Haben Bücherstände Dürfen, ähm, Versammlungen machen Wo sie draufstehen haben Jesus ist, äh, Allah ist der wahrhafte Gott Jesus ist nur ein Prophet Hier in einem Christen Sogenannten christlichen Land Schaut euch diese Ungerechtigkeit an Wo sind denn die ganzen Menschenrechner Wenn es darum geht, äh? TikTok-sportlich Wo sind sie hin? Wo sind sie auf einmal? Ah, da ist auf einmal Augen zu, ne? Merkt ihr? Die Heuschelei? Das wollen sie nicht sehen Dass die Muslime niemanden Auch nur ein bisschen Ein Staubkorn von Gerechtigkeit Also so Gerechtigkeit gewähren Ja? So Recht gewähren Aber ständig verlangen sie nach Gerechtigkeit Sprechen Israel das Existenzrecht ab Aber wollen in der ganzen Welt anerkannt werden Wie lächerlich klingt das bitte? Haben ein Propheten Der gesagt hat Der Tag des jüngsten Gerichts kommt nicht eher Bis ihr die Juden Nackentherapie macht Und dann sprechen sie von Gerechtigkeit Ist das zu fassen, Leute? Wie kann man so eine Glaubensgemeinschaft noch ernst nehmen? Sagt es mir Aus dem aufrichtigen Herzen Sagt mir Nach dem, was ihr alles herausgefunden habt Über den Islam Wie der Islam mit Andersgläubigen umgeht Wo sie die Mehrheit bilden Wie kann man den Islam überhaupt in irgendeinem Land akzeptieren als Religion? Man darf den Islam ja gar nicht als Religion anerkennen Man muss die Muslime eigentlich vor die Wahl stellen und sagen Entweder du glaubst an deinen Islam Dann musst du dir leider Gottes einen islamischen Staat suchen Wo du dann unter der Scharia, unter Allahs Gesetzen leben willst Oder du akzeptierst die Mehrheit hier Und Demokratie und Menschenrechte und alles Und dann lebst du wie wir alle anderen auch Mit den gleichen Rechten Nicht du stehst über uns oder wir stehen über dir Nein, wir sind alle gleich vor dem Gesetz Wäre das nicht vernünftiger Menschenverstand? Ja genau, sie genießen den Luxus hier Das ist das Denkst du allen Ernstes Die verlassen ihre Mercedes S63 AMG Mit integrierter Dönerhalterung Und Shisha Für Allahs Religion? Ha! Meinst du, Sheikh Ibrahim Verlässt Deutschland Für Allahs Religion? Hier Schön TikTok Alles mögliche machen Überall hingehen können Wo er will Das beste Essen hier essen Krankenversicherung für Allah Das sind alles Heuchler Ihr Lieben Sie hassen ihre Religion Sie möchten nicht auswandern Pierre Vogel Liebt er Allah und seinen Gesandten? Nein, der hasst Allah und seinen Gesandten Er will viel lieber hier in Deutschland bleiben Wo er Krankenversicherung hat Bürgergeld Miete wird bezahlt Meint ihr, in einem islamischen Staat wird sowas gemacht? Nein Sie hassen den Islam Sie hassen Allah und Mohammed Weil wenn sie sie nicht hassen würden Hätten sie gesagt Allah, ich vertraue dir Ich werde auswandern Die Hitschler vollziehen Und ich will unter deinem Gesetz leben, Allah Weil ich dich liebe Richtig? So redet ein wahrer Muslim, oder? Ich liebe dich, Rasulallah Ich liebe dich, Allah Ich liebe dein Gesetz Wonach ich trachte Richtig? Nicht, ich liebe Bürgergeld Ich liebe AOK Ich liebe Köfte Spieß Ich liebe TikTok TikTok Live Matches Ich liebe Kolbstraße Ich liebe Chai Das ist krass, ne? Jetzt stellt euch das mal vor Mit dem ganzen Wissen Was ihr angesammelt habt Über den Islam Obwohl ihr Christen seid Könnt ihr noch die Euro-Muslime ernst nehmen? Sagt es mir mal aus den aufrichtigen Herzen Wenn jemand sagt Ich liebe Allah Ich liebe Rasulallah Ist das dann Liebe zu Allah Und sein Gesandten? Sagt es mir Das ist pure Heuchelei Abul Bala Der immer so schön lächelt Ihr wisst ja wie Abul Bala immer lächelt Da muss man dem einfach sagen Wie du sagst Du liebst Allah und seinen Gesandten Aber bleibst du hier in Deutschland? Wo ist denn dein Vertrauen auf Allah? Willst du nicht unter Allahs Gesetze leben? Aha Du willst lieber iPhone 15 haben Ach Stimmt ja iPhone 15 ist ja wichtiger als Koran und Sunnah Hast du ja recht Entschuldigung Dass ich dich überhaupt drauf angesprochen habe Mein Fehler Dankeschön Tschüss Es tut mir sehr sehr leid Dass ich dich drauf angesprochen habe Zahnersatz Ich gehe kaputt Ich kann nicht mehr Das grenzt an Lächerlichkeit Das kannst du keinem erzählen Absolut krank iPhone 15 Pro mit Saiborali drauf Jetzt verstehen wir aber Als der islamische Staat Das Kalifat ausgerufen hat Und die wahrhaftigen Muslime ausgewandert sind Und dem Ruf des Kalifats gefolgt sind Heftig ne? Es gibt also unter den Muslimen Noch treue Muslime Die Allah und seinen Gesandten Wahrhaftig lieben Alles andere ist ja Lächerlichkeit Es ist gar nichts Was ist das? Die nehmen ihren Glauben gar nicht richtig ernst Es sei denn Sie sind hier um dieses Land zu erobern Darum geht es auch Aber in der Regel Hat ein Muslim nicht die Berechtigung In einem Ungläubigen Staat zu leben Weil er hier seine Religion Nicht ausleben darf Und er ist gezwungen Einen islamischen Staat zu suchen Beispielsweise Afghanistan Pakistan Iran Saudi Arabien So ist das Weil sie hier im erniedrigen Zustand leben Danke Simon Alaphon 15 Genau Alaphon 15 Nicht iPhone Allaphon 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 Hör auf Sonst singe ich gleich wieder Sura iPhone Danke Simon Sura iPhone Sura iPhone Sura iPhone AOK ist wichtig Nicht der Gesandte Nicht der Gesandte Und auch nicht Allah Ich gehe kaputt Das kann man nur so aushalten Herrlich Das grenzt Das ist Danke Simon Sura iPhone Ehrlich Abul Bada liebt eher iPhone Anstatt Allah und seinen Gesandten Er will nicht auswandern Er will viel lieber Bürgergeld Das ist so krank Ehrlich Ich sing nur noch dieses Suda Bürgergeld Für die Leute Abul Bada will das Bürgergeld Er will gar nicht Allah und seinen Gesandten Sie wollen Leben in Saus und Braus Und schön fette Köfte spieß Die wollen schöne Restaurantbesuche machen Wollen schön eingeladen werden In Moscheen und so So kennt man den Abul Bada und seine Selefi Bande Du klingst fast so schön wie Reza Klingeltonne Ja extra Ja irgendwie muss ja der Ohrenschmalz herauskommen Hallo Damit ihm auch richtig zuhören kann Lieber Astrick ist ein Oberlinks wie Wie heißt dieser eine Typ der immer mit der Harfe da rumspielt Und der auch die Schnauze bekommt Halt die Klappe jetzt Ich bin kaputt Das ist so herrlich Ohrentherapie siehst du Der Mohammed verpasst Nackentherapie Doktor Scherf Ah Mohammed verpasst Ohrentherapie Warte ich muss erstmal wieder Wusa machen Wusa Wusa Weil der Arm hier bald erhält dich als Klingelton So hören wir weiter Liebe Komm Ein bisschen Spaß muss auch zwischendurch sein Ich liebe euch Im Plural Auf diese Frage erklärt dann ein Rabbi Dass damit die Nachkommen gemeint sein könnten Die nie leben konnten weil Abel getötet wurde Wer also einen Menschen tötet In dem Fall Abel Der löscht auch alle seine Nachkommen aus Und umgekehrt Wer einen Menschen rettet Der rettet auch alle möglichen Nachkommen Mohammed scheint geglaubt zu haben Dass dieser Gedanke Teil der Tora war Und hat den Satz in den Koran übernommen Ich finde das nicht stimmt Es ist ja ein schöner Gedanke Aber das war jetzt Sure 532 Lies mal den Vers der unmittelbar darauf folgt Nummer 33 Der Lohn derer die Krieg führen gegen Allah und seine Gesandten und Unordnung im Lande zu erregen trachten Wäre der dass sie getötet oder gekreuzigt werden sollten Und dass ihnen Hände und Füße abgeschlagen werden sollten Für den Ungehorsam oder dass sie aus dem Lande vertrieben würden Das klingt gleich ganz anders Kreuzigung, Tötung, abgejagte Hände und Füße, Vertreibung Für wen? Für die die Krieg führen oder Unordnung im Land zu erregen trachten Was heißt denn das? Was heißt das denn? Bedeutet es unordnung zu erregen, wenn jemand für den Glauben an Jesus wirbt? Aha Wenn jemand den Islam verlässt? Aha Wenn jemand zu einer anderen Sekte des Islam gehört? Aha Vielleicht sagt ihr beide, nein, sicher nicht Aber in welchem Land, in dem Muslime die Mehrheit haben und die Scharia gilt Würde auf genau solche Dinge nicht die Todesstrafe stehen? Seht ihr? Wo die Muslime die Oberhand haben und die Mehrheit bilden Geht zur Sache Und da ist das große Problem Das, was die Muslime hier sehen in Europa, ist ein Euro-Shisha-Islam Sobald die Muslime die Mehrheit bilden, wird das Gesetz verändert Und die Euro-Shisha-Muslime werden dann ihre eigene Religion zu spüren bekommen Wahnsinn, ne? Und alle Gruppierungen werden dann innerhalb der in Deutschland lebenden Gruppierungen werden miteinander kämpfen Sowohl die Schiiten gegen die Sunniten Also auch innerhalb der Sekten, ne? Um die Vorherrschaft zu erlangen Wahnsinn, ne? Das ist so grausam So grausam, was der Islam da fabriziert Seit 1400 Jahren Seitdem der Streit um das Kalifat angefangen hat Seit diesem Tag an Hören sie auch niemals auf, sich zu bekriegen Nie Wenn man sich die Sache genauer ansieht, dann merkt man, dass die friedlichen Verse vor allem aus der mekanischen Periode stammen Als die Muslime eine Minderheit waren Die kämpferischen Verse hingegen aus der medinischen Periode, als Mohammed ein Heer gesammelt hatte Und so wie ich es verstanden habe Vertreten muslimische Gelehrte die Aufhebung früherer Verse durch spätere Verse Seht ihr? Was? Oh, mal zu Abrogation Abrogation Genau Ich gebe zu, ich finde dieses Mal gucken, wie gut ihr seid Wo finden wir die Abrogation im Koran? In zwei Stellen Ohne zu googeln, jetzt Wer kann das? Wer schafft das? Sehr gut, Surah 2, Vers 109 Super Sehr gut Was noch? Welcher fährt es noch? Welches Surah und fährt es noch? Nein, Surah 9 nicht Komm Leute, wir haben fast die 200.000 geknackt Gas geben, Leute, komm Surah 0, genau Alle stumm Alle stumm Surah 9, Vers 5 ist richtig Ja, diese eine Surah abrogiert sehr viele Verse Aber wo sagt Allah explizit mit der Abrogation? Nasrach, wo man sucht Ja, hier Sie hat Wer ist das? Hier Swings hat das richtig gesagt Surah 2, Vers 109 Wenn wir einen Vers nehmen Oder in Vergessenheit geraten Bringen wir einen besseren Einen, der eben gleich ist Aber da gibt es noch eine andere Ich gebe euch Einen kleinen Ja, was heißt Tipp Ich nenne euch die Erst Ich nenne euch die Surah Aber ihr müsst den Vers finden Das ist die Surah 16 Vers Was ist los, meine ganzen Schüler? Was ist los mit euch? Habt ihr gepennt im Unterricht oder was? Ja, genau Ich muss ja zwischendurch immer fragen Ob ihr das auch behalten habt Alle durchgefallen Genau, alle durchgefallen Nein Surah 16, Vers 101 Es befindet sich zweimal im Koran Surah 2, Vers 109 Und Surah 16, Vers 101 Merkt euch das Bin Paulus 13 Ja Wisst ihr noch, ihr Lieben? Amir Jetzt werde ich es dir zeigen Du hast keine Ahnung von dem Glauben Schlag auf Paulus 13 Jetzt zeige ich es dir Du hast keine Ahnung Wann schreiben wir schriftliche Klausur? Ja demnächst Ich werde euch alle einladen Und dann werde ich euch testen Was ihr so drauf habt Alkohol wurde erlaubt Dann nicht mehr Ja genau Das ist auch richtig Im Paradies ist Wein erlaubt Ja Ja aber die Muslime sagen Im Paradies Dieser Wein macht dich nicht betrunken Ja aber allein die Vorstellung Dass der Allah sowas da Im Himmelreich erlaubt Das ist schon sehr sehr Suspekt Frauen Alkohol Doch das ewige Direkte Unveränderliche Wort Allahs sein soll Aber um das geht es hier nicht Das Problem ist Dass die meisten der friedlichen Verse Unter die adrogierten Verse fallen Ja Also unter die abgeschafften Ja Ich weiß Heute War sicher nicht einfach für euch Seht ihr Derjenige der sich damit auseinandergesetzt hat Hat Ahnung vom Islam Das heißt die friedlichen Verse Wurden durch die Gewalttätigen Medinesischen Verse Aufgehoben Das wissen 99% Der Muslime Wissen das gar nicht Dass ihre Religion So hinterhältig ist Ich wünsche Wir könnten den Abrogierten Koran Mal Lesen Der wäre nur so dick So wie ein Heft Der abrogierte Koran Wo alle Verse Rausgenommen wurden Sind die Zu Mekka geoffenbart wurden Die nicht mehr gelten Surah 109 Surah Al-Baqarah Alle Ich verstehe eure Liebe zu eurem Propheten Und zu den guten Dingen Die er getan hat An diesen guten Dingen Zweifle ich auch nicht Aber wie ich versucht habe zu zeigen Gibt es auch eine andere Seite Ich habe nur ein paar Dinge erwähnt Für mich gibt es noch viele weitere Schwierigkeiten Die ich in den als authentisch akzeptierten Haditen gefunden habe Von denen habe ich hier noch gar nicht gesprochen Da ist die Frage Nach der gewaltvollen Begegnung Mit dem Engel Der Mohammed gequetscht hat Bevor er die Offenbarung gibt Es gibt Selbstmordgedanken Die ich von Nachbar Von Nachbar Zeit seines Prophetentums Gehabt haben soll Die umstrittene Täuschung Mit den satanischen Versen Ob das nun so war Oder nicht Alles klingt für mich So jetzt hängt das nicht mehr Das ist mir nämlich die Tage passiert Es soll den Menschen Mut geben Dass sie immer nach Jesus Fragen sollen Ja Und offen sagen sollen Bitte Gott Offenbare dich mir Ja Es geht darum Ich bin die letzten Tage Bei Facebook gewesen Und bei Facebook Gab es dann so eine Gruppe So eine Spaßgruppe Ja Und diese Spaßgruppe Dort postet man halt eben Bilder Und wie auch immer So Und irgendwann mal fing einer an Dort über Jesus so zu lästern Ja Und dann kam es natürlich Zu so einer Art Diskussion Ich muss dazu sagen Ich habe ein paar Tage vorher Nach Jesus gefragt Bitte Was soll ich machen Ich brauche Ich habe keine Gemeinde Ja Wo ich hingehen kann So Und Wie Schlangen Um mich herum Das waren aber alles Atheisten Du weißt ja Wenn man Jesus nachfolgt Und wenn man dazu was sagt Wird man ja angegriffen Von jeder Seite Ja Und die wurde erst Vom ersten angegriffen Vom zweiten Vom dritten Vom vierten Und vom fünften Und das ist eine Gruppe Die in ganz Deutschland Also es sind Menschen Aus ganz Deutschland drin Und irgendwann mal Zehn Minuten später Sehe ich jemanden Dort drin stehen Der hat ein Vers gepostet Über Ein Bibelfers Und da habe ich ihm Eine Freundschaftsanfrage geschickt Hat er mich gefragt Kennen wir uns Ich habe gesagt Nein Nicht Ich sehe Du bist wiedergeborener Christ Ich habe gesagt Schick dir mal eine Freundschaftsanfrage Dann habe ich so Auf seinem Facebook Profil geschaut Und was sehe ich Er kommt aus derselben Stadt Wie ich Er kommt Er Seine Frau War in derselben Gemeinde Vorher wie ich war Und er hat mir angeboten Dass ich zu seiner Gemeinde gehe Von allen Menschen Aus der Gruppe Ist er genau aus meiner Stadt Hier in Wesel Hammer Ist das jetzt Zufall? Soll mir jemand sagen Das ist Zufall? Nee Das ist das Zufall Und er dachte zu mir Ich soll zum Bibelkreis kommen Ich soll Ich soll Weitermachen Ich soll Du hast gefragt nach einer Gemeinde Und Gott hat sich offenbart Hat gesagt Hier Da ist die Gemeinde Geh dort hin Hammer Hammer Soll mir jemand sagen Von allen Städten in Europa Von In Deutschland Ja Ist genau dieser Mann Aus derselben Stadt Und seine Frau war In derselben Gemeinde Wo ich vorher war Das ist heftig Das ist auch heftig, oder? Auf jeden Fall, ja Und ich Heiligen Geist Da bringt ja auch jemand Zum Lachen, ja Und du sagst Wir leben unter AOK Ich musste mich Vorhin so zusammenreißen Ja, aber das ist Das ist wirklich so Du musst dir mal vorstellen Dass sie Die weltlichen Instanzen Mehr lieben als ihre eigene Religion Das musst du dir mal vorstellen Ist das nicht heuchlerisch Wenn die sagen Wir lieben Allah Wir lieben Rasulallah Ist das also die Liebe Zu eurem Gott Und zu eurem Gesandten Ist auch nicht leid Ja, mit AOK Entschuldigung Zahnersatz Ja, Zahnersatz Abschließend Genau Man kann das nur so aushalten Ehrlich Sonst kippe ich noch so sehr aus Dass ich wieder Ja, du kennst ja Wenn ich einmal ausraste Mein heiliger Zorn Dann kommt Unglaublich Ja, in der Bibel Wird ja auch beschrieben Wie die Jünger gelacht haben, oder? Ja Die Jünger haben auch gelacht Durch den Heiligen Geist Haben sie gelacht Das muss man sich auch Lustig vorstellen Also Ja, wir sind ja immer noch Menschen Ja, also Genau Und sind immer noch In diesem sündigen Körper gefangen Und Er ist halt so, dieser Körper Was auch Was auch wichtig ist Zu sagen ist Ich habe letztes Mal Den Vers gelesen Ich weiß nicht Ich meine, das war Korinther Dass diese Welt ja Vom Satan regiert wird Das darf man nie Aus den Augen lassen Ja Und die Menschen Die Jesus nicht sehen Sie sind ja mit Blindheit geschlagen Ja Sie können den Glanz ja nicht sehen Ja Sie sind einfach blind Ja Man muss halt Ihnen Den Halt eben die Augen öffnen Und ich sage immer wieder Durch dieses Zeugnis Es kam irgendwas in mir Wo ich sagen muss Ich suche wieder Sehr stark So nach Gott Ja Ich 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 bin wieder dort Wo ich vorher war Ich war verloren Wieder verlorene Sohn Und bin wieder zurückgekehrt Und Gott hat mir gesagt Geh bitte dorthin Beschäftige dich damit Und er sagte sofort Komm vorbei Wir haben einen Bibelkreis Und Hauskreis Und Ja Das ist echt Echt phänomenal Gott ist gut Alles Zufall Weißt du doch Ja gut Ich wollte das mit dir teilen Dankeschön Danke dass du das mit uns geteilt hast Wundervoll Gott ist wundervoll Und der macht auch Wundervolle Dinge auch In unserer heutigen Zeit Wundervoll Amen Amen Dankeschön Die Gottes Segen Okay mein Lieber Alles Gute Und segne dich und deine Familie Dankeschön Für dein Kurzzeug Tschüss Mach's gut Ciao Apropos teilen Teilt den Stream Yallah Sehr gut Apropos teilen Teilt den Stream Yallah Sehr gut Man darf eine Frau predigen Ja du weißt ja was die Bibel dazu sagt Eine Frau soll sich still verhalten Soll unter ihren eigenen Schwestern lehren Und predigen und lehren Aber nicht so in der Öffentlichkeit Vor Männern und so Soll sich still verhalten Das heißt doch nicht dass die Frau weniger wert ist Die Frau wird sehr hoch geschätzt in der Bibel Und der Mann soll ja auch sein Leben für seine Frau lassen Er soll seine Frau lieben Wie sein eigenes Leben Und viele Christen haben auch gar kein Problem damit Dass sie jetzt nicht predigen dürfen Das ist für sie gar kein Thema Ne So ist das siehst du Die Frau wird sehr respektiert und liebevoll behandelt Und wenn Gott sagt in einigen Fällen Dass die Frau jetzt nicht predigen soll Sondern unter ihrer Glaubensschwester Sie können das doch gerne Schwesterngruppen bilden Dann können sie doch untereinander sich austauschen Das ist doch vollkommen legitim und erlaubt Ein bisschen das Wort Gottes auch Wie heißt das Video von davor Sage ich euch am Ende Zeige ich euch das Ich habe diesen Kanal auch bei YouTube abonniert Ein eigentlich guter Kanal Als ich diese Videos gefunden habe War ich sehr sehr erstaunt Sehr sehr erstaunt So hören wir weiter Nicht nach einem echten Propheten Auch seine Lehre macht mir Probleme Mohammed lehrte etwa Dass das Zeugnis der Frau vor Gericht Nur die Hälfte eines Mannes wert ist Hälfte? Ich guck mal wir reden davon noch Dass die Frau sehr respektiert wird Und hoch geschätzt wird Und was macht Mohammed? Dass die Zeugenaussage einer Frau Nur so halb so wert ist Wie die eines Mannes Ist das krass Ist das heftig Seht ihr Wie der Herr mich bestätigt Und dann doch zeigt Dass der Mohammed ein falscher Prophet ist Wahnsinn, ne? Genial Das macht der Herr Jesus So viel zur Gleichberechtigung Er erteilte die Erlaubnis Von Prostitution In der Form der Zeitehe Er gestattete im Grunde Sechs Sklavinnen Für seine Anhänger Aha Und derselben Suche 4 Vers 24 Die Mutter Ehe Und SEX Sklavinnen Hälfte ich, ne? Das ist also respektierende Frau Ja, natürlich, klar Er heiratete Als über 50 jähriger Mann Die 6 Jahre alte Aisha Die noch mit Puppen spielte Mit Puppen Als sie im Alter von 9 Jahren Mit ihm schlafen musste Ihr werdet sagen Dass sich Aisha Nie beschwerte Und glücklich war Ich verstehe Bin aber Trotzdem verblüfft Wie Muslime Überhaupt beginnen können All das zu verteidigen Seht ihr Wie kann man sowas verteidigen? Da haben wir auch Seltsame Koran-Offenbarungen Die scheinbar Keinen anderen Sinn hatten Als Mohammed zu nützen Wie zum Beispiel Als Allah erklärte Dass die Gäste des Propheten Nicht zu früh zum Essen kommen sollen Und nicht zu lange bleiben Damit sie den Propheten Nicht zulassen Allah in seiner allmächtigen Das ist so krass Allah, der im siebten Himmel ist Macht sich Gedanken Um die Leute Die bei Mohammed reinkommen Und dass der Prophet Sich dadurch gestört fühlt Wenn sie länger da bleiben Also schnell essen und abhauen Das macht den Propheten Das macht den Propheten Der Prophet ist schüchtern Bitte raus jetzt Insure 33 Oder Al-Azab Dann die Geschichte Mit der Frau Seines Adoptivsohns Die er begehrte Und eigens eine Offenbarung Von Allah bekam Die ihm erlaubte Sie zu heiraten Indem die übliche Vorstellung Von Adoption Und damit ein Verwandtschaftsband Abgeschafft wurde Ja Der Mohammed hat Seinen Adoptivsohn Seine Frau ausgespannt Die Zaynab Das ist eine der Brutalsten Geschichten Suche 33 Vers 37 Ja der Mohammed hat dadurch Die Ehe annulliert Als er sie mit Lüster Im Blick angeguckt hat Und sie dem Zayn ausgespannt hat Unglaublich Passt all das In ein Buch Dass seit Ewigkeit Bei Allah Geschrieben steht Seit Ewigkeiten Steht Dieser Vers dort Bei Allah In seiner Ewigkeit Dass Mohammed Die Frau Von seinem Adoptivsohn Ausspannt Weil Allah Wollte das so Mohammed Macht nicht Irgendetwas Von sich selbst aus Sondern weil Allah Ihm das sagt Heftig Heftig Und das heftige ist Dass der Mohammed Dann Ein Vers weiter Die Adoption Die Adoption Annulliert hat Es gibt im Islam Keine Adoption Das heißt Waisenkinder müssen In Waisenhäusern bleiben Und keine muslimische Familie Darf Kinder adoptieren Etwas Schönes Etwas Gutes Etwas Reines Hat Mohammed Dann annulliert Weil er die Frau Von seinem Adoptivsohn Ausgespannt hat Wahnsinn Ihr wisst gar nicht Wie wütend ich Auf den Islam bin Wie ich den Islam sehe Mit was für Augen Als ich das alles Herausgefunden habe Dachte ich mir Das kann nicht wahr sein Dass auch nur ein Muslim Auf der Welt Sowas akzeptiert Das kann nicht wahr sein Amin Nimm die Scharia Scherit hoch Ja ok Baby Scherit Ist das mal Geht oder was Hörst du mich? Hallo Baby Scherit Ja Hi Wie geht's dir? Amin Ich hab nur eine Frage Amin Ich will nicht über Religion mit dir diskutieren Und sonstige Sachen Aber bei euch Am Glauben Ist das doch auch so Liebe der Nächsten Oder nicht? Ja Liebe der Nächsten Heißt auch Liebe die Wahrheit Genau Komm mal Hör mir bitte zu Hör mir erst mal zu Und dann kannst du reden Hör mir bitte zu Dann kannst du reden Dann kannst du reden Auf jeden Fall Aber lohnt sich das so Hier leben lassen Damit du Ich hab nur eine Frage Ich hab nur eine Frage Schämst du dich kein bisschen mehr? Nein Schäme ich mich nicht Weil Islam ist die Wahrheit Islam ist die Wahrheit Islam ist die Wahrheit Wie kann Wie kann Subhanallah Wie kann Allah Ein Sohn haben? Wie geht das? Wie kann Gott Ein Sohn haben? Wie geht das? Wenn er alles geschaffen hat? Guck mal die Frage Wie kann Gott Allein die Frage Dass du Gott infrage stellst Seine Alma Seht ihr? Das ist eine Brainwash Das nennt man Gehirnwäsche Guck mal Ich hab alles gesagt Du nimmst die Taten Mit ins Grab Wir werden alle Vor Allah stehen Und das ist das Was ich nenne Du wirst vielleicht Vor einem Schienbein stehen Du wirst vielleicht Vor einem Schienbein stehen Aber doch nicht wir Amin Es frustriert Ja genau Schienbein von Allah Lachen Lachen über Allah Schienbein Amin lässt mich Nicht mal ausreden Maschallah Der lässt mich Nicht mal ausreden Die ganze Zeit Lass ich dich reden Ich möchte aber auch reden Okay Thomas Also ich hab Wie gesagt Immer nach Sinn des Lebens Gesucht Ich wollte deine Frage Beantworten Und für mich hat Sinn Nur Islam Was hat dich denn Überzeugt Das Leben ist eine Prüfung Das Leben ist eine Prüfung Sherin Ja Warum hast du denn Kein Kopftuch an Sherin Das ist Von Und es ist so wehen Warum hast du denn Die Augen Wo und die Zucht Du landest in der Hölle Ich antworte dir dazu Du weißt schon Das Kopftuch tragen Nicht zwang ist Es ist krasslich Einmal alle in die Händeklasche Für Sherin Für ihre Auffassungsvermögen Leute Einmal alle in die Händeklasche Für diese wundervolle Du weißt schon Aber du weißt schon Dass ich mit dir live gehen kann Sherin Komm Kehr um Der Islam ist doch nichts Für eine Frau Komm Ich bitte dich Du hast doch in Jesus Christus Das schönste Vorbild Aller Zeiten Was willst du denn mit Mohammed Der Frauenfäge Du weißt schon Was gemacht hat Ich hab eine Frage Aber sei ehrlich Du nennst dich Ex-Moslem Warum machst du das Weil ich den Buddhismus Verlassen habe Nein Weil du dafür Para para bekommst Deswegen Weil du dafür Geld bekommst Was für ein Pader Wo gibt's denn hier Geld Ich muss für mein Geld Arbeiten gehen Was mache ich denn Den ganzen Tag Du kriegst dafür Geld Deswegen nennst du die so Du wärst Eiskalt Ja stimmt Du hast recht Ich werde vom Staat Finanziert Du hast recht Ich werde vom Staat Finanziert Ich bin ein Mossad Agent Und dass es mir Eine Million Euro gegeben Damit ich mit dem Bus Rumfahre Ja Und über den Islam Aufkläre Sehr sehr gut Ich weiß Ich weiß Dass du Maschallah reich bist Und wer bezahlt Maschallah Maschallah Du hast Atomkrisik Man kann nur Über ihn lachen Ja Ganz genau So antworten Ich stehe mit So einem Blödsinn Was du da von dir gibst Kennst genau so Mit dir kann man Kein vernünftiges Gespräch führen Guck mal Was du da sagst Wie kann Gott Wie kann Du stellst Gott In Frage Seine Allmacht Allein wo du Diesen Satz gesagt hast War für mich Feierabend Dass du dich auch noch Für den Islam entschieden hast Du bist ein Mensch Du kannst dich nicht mit Du kannst dich nicht mit Allah vergleichen Allah ist ohne Ort Und Zeit Aber doch Er hat einen Ort Hm Er lebt in In einer Stadt Voller Huris Du glaubst Mit dir streiten Das ist das Alhamdulillah Ich bin Muslima Alhamdulillah Und ich sterbe Tschüss Du bist doch keine Ich würde es verstehen Ich würde es verstehen Ja Hat sie allen gesehen Und ins Gesicht gespuckt Unglaublich Ja Aber seht ihr diese Brainwashed Aussage Wie kann Gott Einen Sohn haben Ja Allein das reicht Gott kann alles Damit ist die Frage Beantworten Von Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 getan wird. Also nur für deinen Ehemann darfst du es machen. Diese Muslimas, die wissen ja gar nicht, was überhaupt ihre Religion von ihnen verlangt. Wahnsinn. Die Mutacheylat, die stolzieren, angeben und sie sind die Heuschler, diejenigen, die Djenner, das Paradies betreten sind, wie die, was krächzenden Krähen. Die sind kaputt. Die sind kaputt. Die sind kaputt. Das war's. Breaking news, breaking news. Dr. Cheikh Abu Amir is there. Hello. Ja, wir müssen auch nur lachen, Sherin. Wir müssen auch viel lachen über dein Atomphysiker-Auffassungsvermögen. Sherin. Wir müssen sehr, sehr viel lachen über dein sehr gutes Auffassungsvermögen, das du dir angeeignet hast über die Jahre. Sehr, sehr heftig, wirklich. Wir müssen sehr, sehr viel lachen. Wie kann man so einer Religion angehören nach dem, was wir alles herausgefunden haben? Das bleibt mir immer noch ein Rätsel. Das ist dann nur noch diese Arroganz, Ignoranz und Gehirnwäsche. Arroganz, Ignoranz, Gehirnwäsche, das ist das. Alhamdulillah, Muslima, bis zum Tod. Ja, du kommst ja sowieso nicht ins Himmelreich. Sowohl von unserem Standpunkt, unserem Glauben her, als auch von deinem Glauben. Du zupfst ja die Augenbrauen. Mohammed hat gesagt, die Frauen, die sich die Augenbrauen zupfen, die werden im Höllenfeuer landen. Also wie dämlich kann man sein, sich für den Islam zu entscheiden? Augenbrauen wegen Augenbrauen, dafür wirft dich allein in die Hölle. Verlass den Islam, Mann. Ich weiß, warum du dich für den Islam entschieden hast. Du willst dir Al-Ekrim-Bitch reinballern, richtig? Al-Ekrim-Bitch, Leute, erklärt dir mal, was ist denn Al-Ekrim-Bitch? Al-Ekrim-Bitch, ach, Flutsch, Flutsch, ne? Wenn Shedding unter starke Begierde leitet, dann ist es ihr unter Umständen erlaubt, Al-Ekrim-Bitch zu benutzen. Das ist ein Lederteil, das so geformt ist wie ein P-N-I-S und das kann sie sich dann einführen. TikTok-sportlich. Ah, TikTok-sportlich, genau, TikTok-sportlich. Immer viel TikTok-sportlich. Dr. Shedding, TikTok, hallo TikTok. Ich meine nur Spaß, TikTok-sportlich. Das ist alles nur Show, alles Spaß. Ich meine das gar nicht, ernst. TikTok, do you hear me? TikTok. Abgefahren, ne, ihr Lieben? Shedding möchte also Al-Ekrim-Bitch benutzen. Ja, natürlich. Und falls einer dann unterwegs ist, um Hatsch-Pilgerfahrt zu machen, von ihren männlichen Verwandten, so ist es ihm unter Umständen erlaubt, wenn der, ähm, äh, sag mal schnell, äh, wenn er befürchtet, dass die Hoden abplatzen, ne? Dass er dann, oh, in die Hände eines Sklaven-Kindes dann, ne? Sehr gut gemacht, äh, Shedding, TikTok-sportlich. Sehr gut gemacht, Shedding. Das hast du fabel-erregend hingekriegt. Nicht fabelhaft, fabel-erregend. Das ist sehr fabel-erregend. Aber gut, dass du hier drinnen bist, äh, Shedding. Schön, dass du hier drinnen bist, dass du das alles hörst. Das befindet sich in Bada Alpha White, Band 4, Seite 36 bis 39. Das kannst du ja nachlesen, weil du bist ja eine, äh, heftige Muslima, die sich ja natürlich auskennt in ihren Schriften. Die hat natürlich Bibliotheken zu Hause. Du hast ja das Buch zu Hause. Du kannst ja doch nachschlagen. von deinem Gelernten, Ibn al-Khaim, Al-Jawziah. Glaublich. Boah, langsam werde ich dir wüde, ey. So, hören wir weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Dann berichten die Hadithe einige wissenschaftliche Lehren des Propheten, die damals vielleicht für wundersam erachtet wurden, die aber nach heutigem Kenntnisstand völliger Unfug sind. Mohammed lehrte, seine Gefährten zum Beispiel, Fliegen, die ins Trinkgefäß gefallen waren, ganz unterzutauchen. Denn wenn ein Flügel die Krankheit brachte, dann war auf dem anderen Flügel das Heilmittel. Mohammed lehrte, Also wenn eine Fliege ins Wasser, in euer Getränk fällt, dann sagt dem Mohammed nicht, dass ihr da die Fliege rausholen sollt. Er sagt, tunkt die Fliege ganz da unten, denn auf einem Flügel trägt die Fliege die Krankheit und auf der anderen die Heilung dafür. Leute, das kann nicht mehr euer Ernst sein. Das ist Sayy Bukhari. Hallo Armin, wie geht es dir heute so? Ja, ich hatte heute noch nicht genug Kamelurin, aber vielleicht gleich. Too much. Leute, drei, zwei, eins, alle jetzt zusammen. Komm, die 300.000 will ich jetzt sehen. In zwei Minuten. 300.000 jetzt, komm, alle zusammen. Alles mal drei. Tippen! Alles mal drei jetzt. Komm, bis 300.000 machen wir jetzt voll. Die 300.000 ballern wir jetzt zu. Komm. Dr. Scheer Abu Amin und sein Team. 300.000, ja, kriegen wir hin. Nicht lachen, das kriegen wir hin. Dr. Scheer Abu Amin und seine Geschwister, die kriegen alles hin. Alles mal 300.000. Lasst die Daumen brennen. Ja. 300.000. Seht ihr, wie gut ihr seid? Guck mal, wie das hochballert. Komm. Auf geht's. Let's go. Team Wahrheit, genau. Der, äh, wie heißt der, dieser, äh, Salbaner, wie heißt der da? Ja, Nino Gachi, genau. Team Familie. Und wir sind Team Wahrheit. Team Familie gegen Team Wahrheit. Danke, Kosinus. Gott segne dich, Gott segne dich, Kosinus. Bis zum Daumenbluten jetzt hier. Guck dir das an. Seht ihr, was wir erreichen? Wir sind Team Wahrheit. Die anderen sind Team, ja, Team Familie sind wir sowieso, aber Team Wahrheit, wir gehören zum Herrn Jesus. Genau. Let's go. Was? I love Jesus hat 500 Millionen Löwen gesendet. Daumen, Gihad, los, genau. Komm, die 500.000 knacken wir jetzt. Äh, 500, die 300.000 zumindest. Komm. Mal gucken, wie viel wir schaffen in drei Minuten. Schaffen wir das, auf die 300.000 zu kommen? Komm, Leute. 300.000, alle Gas geben jetzt. Komm. Neuer Job tippen. Ja, was? Das ist, das ist Dings. Wie nennt man das? Das ist auch ein Werk vollbringen. Hallo? Hallo? Amir, wann öffnet Smoke and Prey? Ich warte. Nein, um Gottes Willen, sowas machen wir nicht. Smoke and Prey gibt's nicht. Jedes Herz, ein Evro. Ein Evro für euch alle. Ehrenamt. Meinung zu Israel, Amir. Ja, wer Israel verflucht, der sei verflucht, sagt die Heilige Schrift. Wir beten aber für beide Parteien, dass es im Nahen Osten zu Frieden kommt und dass sie so schnell wie möglich diplomatische Gespräche abhalten, um Frieden im Nahen Osten herzustellen. Amir, ist dein Auto auch ein Christ? Ne, nur der hier drinnen sitzt. Das ist ein Christ. Ja, vielleicht eröffne ich bald hier meine fahrende Shisha-Bar. Aus dem Fenster dann. Schmeiß ich die Schläuche in meine Münde von den Muslimen. Mach Mut auf. Shisha-Schlauch-Weitwurf. Neue Sportakt. Shisha-Schlauch-Weitwurf. Genau. Mit diesem Cowboy-Hut. Ich geh kaputt. Shisha-Schlauch-Weitwurf. Und die müssen dann die Münde aufbauen. Haaah. Und dann schmeißt das da so rein. Habt ihr viel, viel Spaß hier mit Dr. Shisha-Barier. Möge der Jesus Christus euch alle segnen, ihr Wundervollen. Herrlich. Wenn ich euch ein Lächeln aufs Gesicht zaubern kann, dann hab ich auch alles richtig getan. Herrlich. Sowohl die Menschen zum Herrn Jesus Christus einladen, als auch euch ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Was ist eigentlich aus AVK geworden? Ich hab keine Ahnung. Der beschäftigt sich jetzt viel mit Manuelsen. Manuelsen ist zu seinem Hauptthema geworden, glaub ich. Doktor Amir, lasst T-Shirt machen. Ja. Irgendwann mal mach ich ein T-Shirt für euch. Von dem ganzen Erlös spenden wir das dann an arme Kinder oder was. Das wäre nicht schlecht. So. Wollen wir weiterhören? Dass die Ähnlichkeit zwischen dem Kind und einem Elternteil davon abhängt, von dem die Körperflüssigkeit im Geschlechtsverkehr zuerst ausgegangen sei. Siehst du, wie gut er sich auskennt. Habt ihr das gerade gehört? Er weiß genau um die ganzen Hadiths, diesen Quatsch, den Mohammed sozusagen gesagt hat. Angeblich gesagt hat. Ich glaube ja nicht an einen Hadith aus Bukhari. Ich glaube überhaupt nicht, was sie mal in Bukhari überliefert hat. Dieser Religion kann man absolut nicht vertrauen. Nicht vertrauenswürdig, diese Religion. Vielleicht ist das nicht verwunderlich für die Meinung eines Mannes im siebten Jahrhundert. Aber Mohammed behauptete, der Enkel Gabriel selbst habe ihm dies und noch ein paar andere falsche Dinge zur Embryologie offenbart. Heftig, ne? Die Leute damals waren beeindruckt. Aber wir wissen heute, dass das nicht so ist. Die Liste könnte man fortsetzen. Ich weiß, nochmals, dass es nicht leicht ist, solche Dinge von mir anzuhören. Ihr müsst es mir auch nicht glauben. Ihr könnt eure Quellen selber lesen. Eine Liste mit der Nummer der Hadithen gebe ich euch. Fragt eure Gelehrten. Ich bin sicher, sie werden versuchen, Antworten zu finden. Manche werden vielleicht gleich die ganzen Hadithensammlungen ablehnen, obwohl sie über Jahrhunderte allen Muslimen als beste und verlässlichste Quelle galten. Ihr müsst dann selbst entscheiden. Ich sage nicht, dass die allermeisten Muslime nicht friedliche, gute Menschen sind, so wie ihr. Da sind sie sicher. Die Frage jedoch ist, sind sie so friedlich, weil sie ihren Quellen wirklich treu folgen? Seht ihr? Oder weil sie ihre Quellen... Sind die Muslime, die Mehrheit der Muslime, ist ja friedlich. Sind sie denn friedlich, weil sie der Islam ihnen das sagt? Oder weil sie ihre Quellen außer Acht lassen? Das ist eine gute Frage. Weil ihre Quellen sagen etwas anderes, als so wie sie friedlich sind, ne? Sie dürfen eigentlich gar nicht so sein, wie sie sind. Es sind also normale Menschen, die einfach ihr Leben leben. Aber die Schriften des Islams zeigen etwas ganz anderes. Danke, Omin. Tschüss. Und zum Glück gar nicht kennen. Lebt nicht der Großteil der Menschen, egal in welcher Religion, mehr aus einer bestimmten Kultur heraus, als wirklich aus einer Religion? Kulturbedingt. Die meisten werden in diesen Kult reingeboren und haben eigentlich gar nichts mit dieser Religion zu tun. Tausendfach. Millionenfach. Die wissen gar nicht, in was für eine Religion bin ich da hineingeboren worden. Setzen sich auch nicht damit auseinander und sagen einfach, Alhamdulillah, ich bin Muslim. Allah hat mich als Muslim geboren lassen. Aber alle als Muslim, Muslime geboren lassen. Wie viele Muslime kennen die Quellen ihrer Religion? Wie viele kennen nur das, was ihnen die Gelehrten sagen, die es sicher gut mit ihnen meinen? Genau. Von meinen Reisen habe ich den Eindruck, der Großteil der Muslime sind Kulturmuslime. Kulturmuslime, so sieht es aus. Islam ist Teil ihrer Kultur, nicht ihrer Religion. So sieht es aus. Dann gibt es die, für die der Glaube wichtig ist, so wie vielleicht bei euch. Ihr seid von der Güte und Größe des Propheten überzeugt und versucht, ihn nachzuahmen. Aber haben eure Gelehrten euch wirklich das ganze Bild des Propheten gezeigt? Aha. Haben sie euch das Bild des Propheten gezeigt? Bei all dem, was ich im Koran, den Hadithen und der Sirat von Ibn Ishaq gelesen habe, ist es für mich kein Problem, in Mohammed einen beeindruckenden Mann und erfolgreichen Krieger des 7. Jahrhunderts zu sehen. Als Kind seiner Zeit hatte er natürlich auch Vorstellungen, die damals im arabischen Raum vielleicht nichts Schlimmes waren. Siehst du? Aber Muslime, wie er ja betont, verirren ihn als Propheten und perfektes Beispiel, Seht ihr? Das ist für alle Zeiten nachzuahmen. Gefährlich! Liegt hier nicht das eigentliche Problem des Islamismus? So sieht es aus. Der heute friedliche Menschen, egal welchen Glaubens und egal in welchem Land, bedroht. Es sei es eines Propheten. Ja, heftig, ne? Ich werde später euch das zeigen, wo man das findet, das Video. Das ist echt, echt, echt wert, sich Zeit zu nehmen, um das Ganze zu gucken. Einfach nur Hammer. Komm, wir haben gleich die 300.000 geknackt, ihr Lieben. Wahnsinn. 300.000 haben wir fast geknackt. Komm! Alle zusammen! Ich muss gleich arbeiten, würde ich mir gerne sagen. Ja, egal. Ja, ich muss das hier suchen. Ich weiß, warte mal, ich muss was mal gucken, wo man das findet. Ich weiß, warte mal, ich muss das hier suchen. Zeh. Ich weiß, warte mal. Ich weiß, warte mal, ich muss das Gefühl Vielen Dank. Auf die Schnelle kann ich das jetzt nicht so finden. Ich muss mit Zeiten. 300.000 erreicht, heftig. Ja, ich glaube schon, das ist ein katholischer Mönch mit Glatze, der diese Videos erstellt hat. Er hat das sehr, sehr gut gemacht. Heißt das so, Squad Goals oder was ist das? Sehr gut, jetzt 400.000, sehr, sehr gut. Wundervoll. Armin, wer gibt die besten Lowkicks? Ich denke, das ist Allah mit seinen Schienenbeinen. Flying Lowkicks. Armin, wie geht's dir? Sehr gut. Amdoliesus, wie geht's gut? Ja, ich frage mich immer, wie Allahs Bein aussieht, ob das rasiert ist, bündig, groß, klein. Hier sieht wohl Allahs Bein aus. Das ist heftig, es muss überdimensional riesig sein, weil Allah sagt, ich habe den Adam in meinem Ebenbild erschaffen und Adam ist 90, also so ungefähr 30 Meter groß. Also Allah ist ein 30 Meter großes Wesen mit einem 30 Meter großen Schienenbein. Das ist heftig, ne? Einfach 30 Meter große Schienenbeine. Dann hoffentlich, dass das ein ETI ist. Mit Honig als Medizin drauf, damit das kein Wasserbein wird. Ja, die Form von Allah ist schon heftig, ne? Also er hat so den Eindruck, dass das wie so ein Lego-Baustein zusammengesetzter Körper ist, ne? Das gleicht so wie von einem Bild von Picasso. Kennt ihr Pablo Picasso? Habt ihr schon mal so Bilder von ihm gesehen, wie ein Auge so ist? Montier und sowas, ne? Pablo Picasso. So ist das. Dann ist auf einmal die Hand da und so. So ist Allah. Heftig, ne? Schuhebrüste 65, was wir? Ja, genau. Die Kinder können dann dementsprechend die Schuhe putzen, oder was? Ein Mosaik zusammengestücktes Dillings. Das ist so. Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Hallo, Friede sei mit euch. Assalamu alaikum. Mein Name ist Bruder Ishmael. Ich bin 16 Jahre lang Muslim gewesen. Aber in den letzten Jahren beunruhigten mich einige wiederkehrende Themen, welche mich dazu zwangen, meinen islamischen Glauben zu unterfragen. Und kürzlich... Ein Muslim, der auf einmal nach 16 Jahren Konvertierung aus dem Islam abgehauen ist. Das Zeugnis von Abu Adam. Habe ich beschlossen, letztlich den Islam zu verlassen. Und in diesem Video werde ich erklären, warum. Nun glaube ich nicht, dass es fair von Muslimen wäre, mich als ein Verräter zu sehen. Denn über die Jahre habe ich mein Bestes getan, um treu und loyal gegenüber dem Islam zu sein. Ich habe keine Spiele mit dem Islam gespielt. Und ich nahm meinen islamischen Glauben sehr ernst. Und wenn auch immer ich eine islamische Lehre schwierig, problematisch oder kontrovers fand, tat ich immer mein Bestes, dieses Thema für mich und Muslime zu recherchieren, um es zu lösen. Heftig, ne? Ich war sicherlich nicht perfekt, aber ich glaube, dass sehr wenige Menschen meine Aufrichtigkeit gegenüber Allah, Mohammed und dem Islam anzweifeln würden. Also kann ich euch versichern, dass sich diese Religion namens Islam hingegeben war. Nun lasst mich den Titel dieses Videos ansprechen. Die Frage, warum habe ich den Islam verlassen? Die Antwort auf diese Frage ist der Koran und Mohammed und ihre Lehren bezüglich moralischen Standards und Benehmen. Seht ihr, in den letzten Jahren stellte ich fest, dass ich nicht länger in der Lage bin, den Koran und besonders Mohammeds Moral und Benehmen zu verteidigen. Seht ihr, es gibt also Muslime weltweit, die diese moralischen Aspekte von Mohammeds Leben überhaupt nicht mehr verteidigen können. Wie kannst du denn so einen Menschen verteidigen, der ein kleines Kind geheiratet hat, TikTok-sportlich, sie mit neun Jahren dann halt ihre Unschuld geraubt hat, der Dörfer angegriffen hat, Menschen versklavt hat und hier SEX-Sklavinnen hatte, seinen Frauen angeordnet hat, die Brüste anderen Männern zum Stillen zu geben, TikTok-sportlich. Also eine sogenannte Zeit, die er erlaubt hat, das sind alles so Aspekte, die man überhaupt gar nicht verteidigen kann. Was ist das für ein Mensch? Was sind das überhaupt für Menschen, die sowas verteidigen? Das kommt auch noch dazu. Das ist Wahnsinn, ne, Leute? In der Vergangenheit habe ich mein Bestes getan, den Islam zu verteidigen und besonders Mohammed vor den Behauptungen und Vorwürfen gegen ihn. Ich tat mein Bestes, um Mohammed zu lieben und ich kann beweisen, dass ich für ihn eintrat und ihn viele Male verteidigte. Ich machte zum Beispiel Videos, wie war Mohammed barmherzig, wo ich versuchte, Beispiele für Mohammeds guten Charakter zu liefern. Und mein Video, wer sind die Islam-Hasser, wo ich versuchte, die anti-islamischen Kritiker zu widerlegen und aufzudecken. Und ich machte viele weitere Videos, in welchen ich Mohammed und den Islam verteidigte. Meistens war ich erfolgreich darin, Mohammed zu verteidigen, vor denjenigen, die seinen Charakter angriffen, da ich im Islam gut gebildet war. Und ich studierte jahrelang islamische Apologetik. Doch während ich den Islam verteidigte, stellte ich fest, dass viele Kritiken berechtigt waren und sich auf authentischen, frühen islamischen Quellen gründeten. Und ich kam in Verlegenheit, ausreichende und ehrliche Antworten für sie zu finden. In den kommenden Videos werde ich euch viele der Anschuldigungen gegen den Islam und Mohammed mitteilen, die ich nicht mehr verteidigen konnte. Aber um der Kürze willen, werde ich euch in diesem Video ein Beispiel liefern, bezüglich des Themas des sexuellen Unmoral. Wir es auch schockieren, scheinbar, lehren der Koran und Mohammed, dass es erlaubt ist, Halal, weibliche Kriegsgefangene einzufangen und zu vergewaltigen. Sogar wenn diese Frauen verheiratet sind und ihre nicht-muslimischen Männer immer noch am Leben sind, lasst uns die islamischen Quellen untersuchen, um zu sehen, was sie sagen. Der Koran in der Surah 4, Versen 22 und 23 informiert muslimische Männer über die Kategorien von Frauen, welche sie nicht heiraten dürfen. Aber in der Ayah 24 lesen wir... Das ist heftig, dass der Abu Adam, das ist ja dieses Gegenstück zum hier vorgeblich, wenn ich euch das erklärt habe, das wollte ich euch gestern zeigen, dass er den Islam verlassen hat und jetzt den Islam am Ruinieren ist. Er hat den Islam schon hardcore widerlegt, hardcore widerlegt, im englischsprachigen Raum. Ja, Gott sei Dank gibt es unter den Muslimen noch einige, die das Ganze nicht mehr mit ihrer Moral, Ethik und Verstand vereinbaren können und aufwachen aus diesem Albtraum. Und andere Muslime halt warnen und sagen, Leute, ihr seid verrückt, dass ihr das noch glaubt. Wir wurden getäuscht, wir wurden angelogen unser ganzes Leben lang. Wir sind unfähig gemacht worden. Unfähig gemacht worden. Wir wurden dumm gehalten. Wir wurden verdummt verkauft. Was diese Imame und diese Geistlichen für eine Gehirnwäsche mit ihren Leuten praktizieren und Mohammed als das beste Vorbild aller Zeiten verkaufen, obwohl die Schriften eine ganz, eindeutig andere Sprache sprechen. Das ist so krass. Das ist Abu Adam aus Amerika. Oh, ne, da ist schon wieder die Scherin. Scherin, kannst du nicht einfach zuhören und dem Abu Adam Folge leisten, nach dem Motto, dass du auch verstehst, warum er den Islam verlassen hat, aufgrund dieser Wahnsinns-Tatsache. Pass mal auf. Und verboten sind euch von den Frauen, die verheirateten, außer denjenigen, die eure rechte Hand besitzt. Wir sehen also hier im Koran eine Ausnahme, ein Beispiel, bei welchem es erlaubt ist. Halal, dass ein muslimischer Mann eine Frau heiraten kann, die schon einen Ehemann hat. Aber wer sind diese Frauen, die so beschrieben werden, dass sie eure rechte Hand besitzt? Wenden wir uns für die Antwort an den berühmtesten Kommentator des Korans, Ibn Kathir. Der folgende sagte, als er die Sure 4, Vers 24 kommentierte. Wie heißt dieser katholische Mensch? Ich habe keine Ahnung, wie der Typ heißt. Ich hatte den mal abonniert gehabt, aber ich finde den irgendwie nicht mehr. Zitat. Allah sagt er. Und verboten sind euch von den Frauen, die verheirateten, außer denjenigen, die eure rechte Hand besitzt. Die Eier bedeutet, dass es euch verboten ist, Frauen zu heiraten, die bereits verheiratet sind. Außer denjenigen, die eure rechte Hand besitzt. Das bedeutet, außer denjenigen, die ihr durch Krieg erlangt. Für euch sind solche Frauen erlaubt, nachdem ihr sichergestellt habt, dass sie nicht schwanger sind. Immer Ahmed zeichnete auf, dass Abu Said Al-Kudri sagte, Wir fingen einige Frauen aus dem Gebiet Autaz, welche bereits verheiratet waren. Und wir mochten nicht, Geschlechtsverkehr mit ihnen zu haben, weil sie Männer hatten. Also fragten wir den Propheten wegen dieser Angelegenheit und diese Eier wurde offenbart. Und verboten sind euch von den Frauen, die verheirateten, außer denjenigen, die eure rechte Hand besitzt. Folglich hatten wir Geschlechtsverkehr mit diesen Frauen. Stellt euch mal vor, wir würden einer der Dörfer der Muslime angreifen. Nehmen wir uns zum Beispiel Pierre Vogel, Abu Barah, Sheikh Ibrahim oder wer auch immer. Die haben ja Frauen, Kinder oder was. Bei Sheikh Ibrahim weiß ich nicht. Aber bei Pierre Vogel und Abu Barah, die haben ja Frauen, Kinder. Stellt euch mal vor, wir würden eine Horde von Christen, aber sowas gibt es ja nicht, ich meine nur rein hypothetisch. Eine Horde von Christen würde sie aufsuchen, den Pierre Vogel zuschnüren, fesseln und vor seinen Augen seine Frau vergehen, sowas, was der Mohammed da angeordnet hat. Was meint ihr, wie der Abu Barah und der Pierre Vogel sich fühlen würden, wenn vor ihren Augen ihre geliebten Frauen dann vergehen? Absolut krank, ne? Absolut krank. Und sie akzeptieren die Sura 4, 24 im Koran. Mit ihrer Auslegung Tafsidib in Katil. Das, was Mohammed also getan hat, war vollkommen in Ordnung, solange man das nicht ihnen antut, siehst du? Weil wenn sie es am eigenen Leib spüren würden, würden sie ja den Islam anspucken und ihnen warnen vor dem Koran und Islam und alles. Richtig? Ja. Habe ich nicht recht? Sie akzeptieren das, weil das im Koran steht, weil Mohammed das so praktiziert hat. Okay, Hauptsache man tut ihnen das nicht an, das ist so krank. Weil wenn man ihnen das antut, würden sie ja das Leid dieser Menschen erfahren. Versteht ihr? Dann würden sie sagen, Mohammed war ja kein Profil, das ist ja absolut krank. Das ist also die Moral des Gottes des Islams. Dass man verheiratete Frauen vor den Ehemännern verge... Die Aufzeichnung gesammelt von At-Termidi An-Nasai ibn Jarir uns Muslim. Ibn Jarir uns Muslim. In seinem Sahih. Vielleicht seid ihr jetzt an diesem Punkt in einem Zustand des Schocks. Vielleicht sagt ihr euch selbst, das ist unmöglich. Der glaubereiche Koran und der edle Prophet Mohammed würden niemals eine solche sexuelle Unmoral lehren. Oder vielleicht denkt ihr... Es gibt Muslime weltweit, die das so nicht kennen und auch nie so erfahren haben, weil das alles unter dem Teppich gekehrt wird. Ganz voran hier diese gehirngewaschene Scherrin. Meint ihr, die Scherrin hat einmal die Scherrin in dem Kopf angeschaut und gelesen? Weil sie es getan hätte, würde sie ja nicht in den Islam angehören, oder? Wie kannst du das akzeptieren, Scherrin? Ich rede aus dem aufrichtigen Herzen zu dir, Scherrin. Wie kannst du als Frau akzeptieren, dass beispielsweise, nur rein hypothetisch gesehen, du lebst mit deiner Familie in einem Dorf. Mohammed und seine Sahabe, seine Dschihadisten greifen dich und dein Dorf an. Nehmen dein ganzes, gesamtes Dorf auseinander, TikTok-sportlich. Fesseln deinen Mann, deinen Bruder, deinen Vater, deine ganzen Menschen, Familienmitglieder. Und du wirst vor den Augen deines Ehemanns vergehen. Wie kannst du es übers Herz bringen, so einer Religion zu folgen? Wie geht das? Wie kann man das nicht klar verurteilen? Arme, die das tun, sind keine Muslimer. Habt ihr das gesehen, Leute? Wir erklären ihr, was es auf sich hat mit der Suche 424, dass Mohammed das getan hat und die Sahaba, die bei der Schlacht von Hunayn diese Männer besiegt haben, sie gefesselt haben, aber auch mit den Frauen Verkehr haben wollten und dann auf einmal aus Menschlichkeit heraus Mohammed gesagt hat, was sollen wir denn machen, Mohammed? Sollen wir uns jetzt kastrieren? Und dann sagt der Mohammed, nein. Da kam Allah mit dem erhabenen Vers, verboten sind euch verheiratete Frauen, außer denen, die ihr von Rechts wegen besitzt. Und sie haben vor den Augen ihrer Männer mit den Frauen Verkehr gehabt. Unglaublich. Scherrin, ist das okay für dich? Wenn Menschen dein Dorf angreifen, deinen Mann fesseln und vor deinen Augen vergehe, würdest du dann dieser Religion angehören von diesen Leuten, die dich vor den Augen deines Ehemanns vergehe? Scherrin und die ganzen Muslime, Muslimas, die ihr sagt, Hamdulillah, ich bin Muslima. Schande auf euch alle. Schande. Schande. Dass ihr das nicht aufschlägt, um das nachzuschlagen. Um herauszufinden, was auf sich hat. Warum der islamische Staat, den Jesiden, das angetan hat. Schande auf euch alle. Schande auf euer Auffassungsvermögen. Unfassbar. Welche Moral ihr besitzt, daran zeigt sich, was für Geisteskinder ihr seid. Wenn ihr sowas akzeptiert, daran merkt man, was für Teufel in euch steckt. Was für bösartige Kreaturen ihr seid, dass ihr das akzeptiert und auch noch Verteidigung erklären wollt. Das kommt ja auch noch dazu. Wie dämonisch beladen und besessen muss man sein, das zu akzeptieren. Dass Gott sagt, geh und vergewaltig. Du musst also wirklich das allerletzte Dreckhaufen sein, was auf dieser Welt gibt, wenn du das akzeptierst. Wenn du das herausgefunden hast. So wie der Abu Adam. 16 Jahre seines Lebens Muslim. Und hat den Islam dann aufgrund dieser Tatsache verlassen. Weil er es mit seiner Moral, Ethik und Verstand nicht mehr vereinbaren konnte. Hat gesagt, was? Mein Vorbild hat gesagt, dass ich Dörfer angreifen soll. Und die Männer fesseln soll. Und vor den Augen der Männer mit ihren Verkehr haben soll. Es muss eine andere, positivere Interpretation für den Koran, Surah 4, Vers 24 geben. Oder vielleicht... Gibt es eine positivere Erklärung für Surah 4, Vers 24? Nein. Nein. Das ist es, was er herangehört hat. Überzeugen, dass der große islamische Gelehrte und der berühmteste Kommentator des Korans, Ibn Kathir, komplett falsch libt und keine Ahnung hat, wovon er spricht. Allein zu behaupten, dass Ibn Kathir hier Lügen erzählen würde über den Islam und uns nicht die Wahrheit sagt, was in der Geschichte passiert ist, zu Surah 4, Vers 24, ist nicht nur irreführend, sondern auch beschämend, dass man das unter den Teppich kehrt. Zu glauben, dass einer der größten islamischen Gelehrten wie Ibn Kathir keine Ahnung vom Islam hat und nicht weiß, was er dort den Muslimen mitgibt und die Geschichte erzählt. Wahnsinn. Was meint ihr, warum der Hamdi sich schämt, als ich mit ihm über die Surah 86, Vers 6 bis 7 gesprochen habe, auf einmal ihm gesagt habe, bist du der Prophet des Islams? Bin ich der Prophet des Islams? Wer interpretiert den Koran denn am besten? Ibn Kathir, der heftigste Korankommentator von allen. Der meistgeschätzte. Er sagt, dass die Frauen Spermien haben, das sich in ihren Rippen sitzt. Und dass die Flüssigkeit von der Frau, die Spermien der Frau, dünn und gelb ist. Und dass die Flüssigkeit des Mannes dick und weiß ist. Und wer auch immer zuerst kommt, dem wird das Kind ähneln. Das ist eine Katastrophe, was Allah da sagt. Wenn ihr da in dem Thema auch noch Muslime bleibt, so habt ihr euch bewusst entschieden, für alle Ewigkeiten in die Hölle zu fahren. So ist es. Mehr gibt es da nicht. Das war es. Licht aus, auf Wiedersehen. Licht aus, auf Wiedersehen. Freaking News. Bewusst entschieden, in die Hölle zu fahren. Das kannst du keinem erzählen. Und dann der Hamdi hat sich natürlich geschämt, der Hansi. Der hat gesagt, Ibn Kathir kann ja auch einen Fehler machen. Ganz genau wie dieser Liebe zu Khara da. Liebe zum Hadith, Liebe zu Khara. Ja, äh, hier der Dings, der große Gelehrte, der Fatal Bari rausgehauen hat. Ibn Hajar al-Asqalani. Der große Hadith-Gelehrte, der Saibu Rari erklärte. Ja, der kann auch Fehler machen. Ah, wenn es auf einmal brenzlig wird und er den Islam ruiniert und Mohammeds Charakter auf einmal sehr schlecht darstellt, hat er natürlich einen Fehler gemacht. Das ist ja klar. Woanders hat er keinen Fehler gemacht. Ein popeliger TikToker, der keine Ahnung von Islam hat, will Ibn Hajar al-Asqalani erklären, wie man Saibu Rari erklärt. Ich könnte das immer wieder erzählen. Das ist für mich unbegreiflich, als er diesen Satz gesagt hat. Ja, Ibn Hajar al-Asqalani hat einen Fehler gemacht. Ah, Ibn Hajar al-Asqalani hat einen Fehler gemacht. Ach so. Ich glaube, hier oben bei dir ist er ein Fehler. Weil du dich im Grund und Boden schämst, dass dein Prophet ein neunjähriges Kind angefasst hat und Aisha erst ihre Menstruation bekommt hat, als sie 16 Jahre alt war. Mit 16, Leute. Mit 16. Brüder und Schwestern, ich wünschte, das wäre alles wahr. Aber leider werden die Dinge noch schlimmer. Nennen wir das Thema weiter untersuchen. Wir lesen zum Beispiel in dem folgenden Hadith, in Sunan Abu Dawud, Vol. 2, Hadith Nr. 2, 1, 5, 5, Abu Sa'id al-Qudri berichtete, der Gesandte Allahs, das heißt Mohammed, sandte eine militärische Expedition nach Altaz an dem Tag von Hunayn und sie trafen auf ihre Feinde und bekämpften sie und besiegten sie. Sie machten Gefangene. Wahnsinn, dass der Abu Adam auch noch besser Arabisch spricht und lesen kann als Biervogel. Seine Aussprache im Gegensatz zu ihm ist ja eine einzige Katastrophe, wenn du das vergleichst. Biervogel ist schon gut, aber Abu Adam ist noch heftiger als Biervogel. Heftig, ne? Und daher kannst du ihm nicht reinlegen, den Abu Adam, weil er ja mächtig genug ist, in die arabischen Schriften einzutauchen, was die Muslime heuchlerischerweise nicht übersetzt, weil sie sich schämen, ihre Religion. Wahnsinn, ne? Wir der Gefährten des Gesandten Allahs waren widerwillig oder war es unangenehm, Verhältnisse, das heißt Sex mit ihm, das heißt den Weibchen Gefangenen zu haben, wegen ihrer heimischen Ehemänner. Seht ihr, Sunan Abu Dawud, 2155, die Sahabis von Mohammed, also die Dschihadisten, hatten noch ein wenig Moral und Anstand und haben gesagt, ja, Rasulallah, sollen wir sie jetzt, sollen wir mit ihnen schlafen, aber die Männer sind noch am Leben, was sollen wir machen? Und schaut euch dann an die Moral von Allah und seinen Gesandten. Gar kein Problem. Vor den Augen der Männer, egal ob sie verheiratet sind, das sind Gefangene, äh, Kriegsgefangene. Los, yalla, mach mal! Ich habe dir das erlaubt, geh! Wer ist als Allah? Wer ist der Gott des Islams, Leute? Kann mir das einer beantworten? Wer ist der Gott des Islams? So sieht's aus. So sieht's aus. Jetzt seht ihr, wer Allah in Wahrheit ist. Jetzt seht ihr, wer Allah in Wahrheit ist. Seine Moral. Seine Moral. So offenbarte Allah den koranischen Vers, und verboten sind euch von den Frauen, die verheirateten, außer denjenigen, die eure rechte Hand besitzt. Und das ist wieder Koran, Surah 4, Vers 24, wie gesagt. Das bedeutet, sie sind rechtmäßig oder erlaubt für sie, wenn sie ihre Wartezeit vollendet haben. Und dieser Hadith, meine Brüder und Schwestern, ist saheer oder authentisch. Also diese Hadith informiert uns, dass die muslimischen Soldaten ein Problem hatten. Sie wollten Sex mit den weiblichen Gefangenen haben, aber diese Frauen waren bereits verheiratet und hatten Ehemänner, die immer noch am Leben waren. Mohammed behauptet dann, dass er eine Offenbarung von Allah erhält, welche die muslimischen Männer anweist, für eine bestimmte Zeit zu warten, um sicherzustellen, dass die weiblichen Gefangenen nicht schwanger sind. Nach dieser Zeit ist es diesen muslimischen Männern erlaubt, mit diesen verheirateten Frauen Sex zu haben. Stellt euch nun selbst folgende Frage. Wie würdest du dich fühlen, wenn deine Frau oder irgendeine Frau in deiner Familie durch feindliche Soldaten gefangen genommen wird? So sieht's aus. Dann gezwungen wird, sich von ihrem Ehemann zu scheiden. Dann gezwungen wird, einen von diesen feindlichen Soldaten zu heiraten. Dann gezwungen wird, Sex mit diesem feindlichen Soldaten zu haben, den sie offensichtlich hasst. Und das alles passiert, während ihr Ehemann noch am Leben ist. Glaubst du, dass deine Frau, deine Schwester, deine Tochter oder deine Mutter damit ein... Warte, wir sind im Tunnel. Und das geht jetzt. So. Wenn diese Dinge ihr aufbezwungen werden würden, in Demütigung, keine Person, die beim vollen Verstand ist, kann den Koran in dieser Angelegenheit verteidigen. Das ist nicht mehr als legalisierte Vergewaltigung verheirateter Frauen. Und ich kann nicht glauben, dass das von Gott ist. Deshalb weise ich den Koran und Mohammed in dieser Sache ab. Nun habt ihr einen Eindruck, warum ich den Islam verlassen habe. Und in den kommenden Videos hoffe ich, mit euch mehr Gründe teilen zu können, denn da gibt es viele. Danke fürs Zusehen und möge Gott euch segnen und mich und uns alle. Amen. Amen. Heftig, ne? Heftig. Jemand, der Gehirn an den Tag gelegt hat, Verstand, Moral an den Tag gelegt hat. Und dann fragen die sich, warum der islamische Staat auf einmal das mit den Jesiden, Aramäern, Assyrern und was weiß ich, was da alles für Völker noch existiert haben in Irak und Syrien, ne? Mit den Kurden allgemein unglaublich. Ich bin fassungslos. Fassungslos. Ja, der Koran ist nichts anderes als eine Kriegsschrift gegenüber allen Völkern, die nicht zum Islam konvertieren wollen. Heute nicht? Okay. Dann müsst ihr aber auch das Schwert dann zu spüren bekommen. So wie Atabari das sagt. So wie Imam Atabari das sagt. Band 9, Seite 69. Araber sind die Besten der Abstammung. Die edelsten Menschen. Und wir sind die Ersten, die zum Ruf des Propheten folgen. Und wir bekämpfen jeden Menschen, bis er an Allah alleine glaubt. Oder uns die Jizia bezahlt. Unser Prophet hat uns angeordnet, gegen alle Menschen zu kämpfen, bis sie die Jizia bezahlen. Wer nicht an den Islam glauben will, den werden wir für Allahs Sache für immer bekämpfen. Und ihn zu Nackentherapie zu verpassen, ist für uns das kleinste Problem. TikTok-Sportlich. Ihn eine Nackentherapie zu verpassen, euch allen, ist das kleinste Problem. Und so seht ihr, dass der islamische Staat die treuesten Muslime sind, die ihr jemals in eurem Leben gesehen habt. Jizia per Paypal. Ja genau, sein Kanal heißt Don't Convert to Islam. Ich frage mich, in so einer hochmodernen Zeit, wenn der Islam eines Tages so ein Territorium erobert und auf einmal so ein Kalifat errichtet und dort Jizia verlangt. Wie machen sie das denn, wenn auf einmal kein Bargeld mehr da ist? Die nehmen dann einfach digital. Per Paypal. Das ist so krank, ey. Bitcoin. Bitcoin. Ja anscheinend. Wir nehmen auch Scheck, Visa-Karte, Mastercard, kein Problem. Bei uns ist alles möglich. Wenn nichts ist unmöglich, Allah. Ich gehe kaputt, ey. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Richtige 0% Finanzierung. Mit Geld zurückgarantie bei Clana. Ne, Clana geht nicht, sonst kriegst du Schuhvereintrag, weil du zu oft Dings genommen hast. Die kommen zu dir mit EC-Karten-Geräten, das ist krank, ne. Stellt euch das mal vor. Die kommen dann samt der Kalaschen, die kommen zu euch an und dann halten die so dieses Gerät an eure Hand oder an die Karte oder sowas. Hier, Jizia bezahlen. Wahnsinn. Ist das krass, ey. Einfach. Wie möchten sie zahlen? Visa, Mastercard, EC, alles ist erlaubt. Kein Problem. Dann kurz da dran bingen. Genau. Bringt die nicht auf Ideen. Aber ich sage, Händler Aktien. Chisi Aktien, Lislav Aktien. Ja, das ist echt grausam. Die Jizia, mit Jizia ist kein Spaß, ne. Die Jizia ist eingeführt worden, um die Christen und Juden zu demütigen. Das ist ein Strafgeld, das sie zahlen müssen, um am Leben zu bleiben. Das sagt Imam Atabari. Und in der Enzyklopädie, in Band 15, findet ihr das auch, dass dort eindeutig beschrieben wird, dass Jizia bezahlt werden muss, damit man sich vor dem Nackentherapie schützen soll. Weil bei Nicht-Einhaltung der Jizia muss Nackentherapie her. Wie viel muss man bezahlen? Es kommt immer drauf an. Sie wollen den Druck dann erhöhen. Erstmal gucken sie, wenn du arbeitest oder was, wie viel Lohn du kriegst. Und dann musst du so einen prozentualen Anteil von deinem Lohn geben. Und dann wird der Druck halt immer erhöht, damit du zum Islam konvertierst. Sowohl vom Geld, als auch gesellschaftlich. Du wirst ja geächtet. Du bekommst keinen richtigen Job. Du darfst auch keine Ämter, hier, wie nennt man das? Ja, auf jeden Fall, überhaupt gar keine in Ämtern, die man euch erkennt, dass man euch auch demütigt, ne. Weil Suche 9, Vers 29 muss tagtäglich an euch praktiziert werden, damit ihr euch in eurer Religion gedemütigt fühlt. Ja, humsah redon. Quatsch, es gibt keinen Zwang im Islam. Quelle, vertrau mir, Bruder. Wir lassen einfach Suche 9, Vers 9, aus der 8 und sagen einfach, glaub mir. Ach, da ist er wieder. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Da ist er. Oh, Mann. Unglaublich, unglaublich. Es sind viel mehr und so weiter. Welcher fährt es denn, meine Liebe? Das ist viel, viel besser, wenn ich den Gender-Song mache. Das ist genauso wie die muslimische Apologetik. Wo war das? Wo war das? Warte, ich muss das finden. Die Muslime, die sind so heftig. Einfach Cooking Express. Du hast alle Videos hochgeladen, die ich mich auch damals beschäftigt habe. Wahnsinn. Alle Cosinus. Israel-Welt-Fernseh-Bahn. Aus dem Bild. 666. Ah, hier ist das. Murzadin, genau. Der Cosinus hat das hochgeladen. Aber auch ein anderer Bruder hat das hochgeladen. Ich glaube, der nennt sich anonym irgendwas. Anonym. Ist der auch hier drin? Auf jeden Fall, ich habe das direkt hier auch bei Cosinus gesehen. Und hier heißt es, das zeige ich euch jetzt. So. Hier heißt es. Die Quelle brauchen wir, warte. Ja, das sind die Arabisch-Bücherchen. Wir wissen, um Adi haben es Fragen. Maria, ist die Maria hier drin? Sie kann uns das Buch-Cover vorlesen, welches Buch das ist. Warte. Ich muss sie mal kurz anschreiben, mal gucken, ob sie da ist, weil hier sehe ich sie nicht in dem Stream. Ja, lasst euch niemals von Muslimen täuschen. Sie lesen die Bibel wie Zweitklässler, die gerade gelesen haben und verstanden haben. Also so leicht verstanden haben. Wie Zweitklässler. Das ist so krank, ey. Wurde die Bibel neu geschrieben? Natürlich nicht. Wir haben zigtausende von Abschriften, in denen wir das Neue Testament perfekt in unsere Zeit rekonstruieren können. Kein Fehler, keine Verfälschungen. Wir haben erstes Jahrhundert, zweites, drittes, viertes, fünftes. Ach. Wenn jemand sagt, die Bibel ist verfälscht, der ist ein Gauner, ein Lügner und ein Heuchler. Mehr ist das nicht. Gauner, Lügner und Heuchler. Ja genau, Kindergarten, Kinder sind schlauer. Wirklich, da hast du recht. Wie sie die Bibel lesen, das ist so traurig. Sie lesen also eine Passage, oh, da redet man über Kinderessen. Beachten aber gar nicht den Kontext der Geschichte. Das sind einfach zwei, eine Frau, die einfach einer anderen Frau etwas sagt. Das ist doch nicht wortwörtlich, Kinder essen, Mann. Das ist so krank, ne. Das ist so krank. Ja, weil die Muslime verzweifelt sind, weil sie ihre eigene Religion wissen, was sich da drinnen befindet. Dann sagen sie, guck mal hier, bei dir auch. So eine Argumentation bringen sie. Als würde das das dann gut machen. Rein hypothetisch gesehen. Stell dir mal vor, das steht jetzt dort. Das heißt also, jede Schrift, die auf einmal Kannibalismus hervorbringt, ist auch okay. Steht auch bei uns, steht auch bei dir. Also können wir es ja machen, ist ja kein Problem. Absolut geisteskranke Logik und Argumentation. Also bei dir steht Frauenfäcke, also ist es auch okay, wenn die das machen. So behämmert. Das rechtfertigt doch niemals, dass irgendjemand das machen kann oder machen sollte. Aber warten wir mal auf Madiams Antwort. Bruder, ja, binnen fünf Minuten da. Okay, wir warten. Ich will, dass ihr uns das Buchcover sagt, damit die Muslime auch wissen, wo sie zu suchen haben. Weil dort steht nicht die Nummer, Hadith, Seite, sondern nur das Cover und dann die Übersetzung. Ich möchte das, also erstmal den arabischen Text und dass Madiam uns das dann vorliest. Ich schicke ihr das, warte. Gott sei Dank, seht ihr, was der Herr Jesus Christus macht. Schickt Schwester Madiam, damit sie hier reinkommt und uns das vorliest, was dort verzeichnet ist. Genial. Danke, mein Herr und mein Gott. Jetzt werden wir sehen, wer wahrhaftig Cannibalism praktiziert. Was ist Abrogationsregel? Also das ist dann die Regel, die dann der Muslim bekommt, wenn er dann Kopfblutung bekommt. Also das sind dann starke Blutungen. Das sind die Abrogationsregeln. So wie eine Frau monatliche Regeln hat, so hat auch ein Muslim Abrogationsregeln. Nein, die Abrogationsregeln. Ah, das bedeutet das. Ja, genau, das bedeutet das. Nein, die Abrogationsregel besagt, dass wenn zwei Passagen sich im Koran widersprechen, löst die andere, die später gekommen ist, die frühere ab. Okay, Madiam ist da. Warte, Madiam, ich schicke dir eine Anfrage. So, Gäste. Be my guest, Madiam, be my guest. Ja, da siehst du mal. Madiam. Hallo, Gottes Segen. Hallo, Salam al-Masih. Gottes Segen, ihr Lieben. Gott segne dich und deine Familie, Madiam. Schön, dass du da bist. Danke. Wir haben gerade über das Thema Kannibalismus gesprochen und dass die Muslime ja so in ihrer Argumentation verzweifelt sind, dass die zu Zweite Könige Kapitel 6, Vers 26 oder was war das, Vers 28 rüberlaufen und sagen, dass die Bibel erlauben würde, Kannibalismus zu betreiben, was natürlich absolut geisteskrank ist, wenn man sich das durchliest, da gibt es überhaupt nichts mit, das ist einfach zwei Frauen, die ein Gespräch führen und nichts mit Wortwörtlich zu nehmen ist. Pass auf. Absoluter Quatsch. Madiam, ich habe dir gerade ein Video geschickt, kannst du es mal bitte aufmachen? Da steht, als ich das aufgemacht habe vorhin, dieses Video ist privat. Ah, so, okay, warte, halt. Ich konnte das nicht aufmachen. Okay, warte, dann schicke ich dir das über den Dings, warte. Mhm. Ohne Moment, das. Hier. Dracula. Das heißt, da muss ich wieder lang, ja, ich muss wieder raus und das Video schaue, glaube ich, oder? Äh, ja, warte, ich schicke es dir und dann kannst du dir schon mal die Quelle aufschreiben, was da steht. Mhm. Ja. Hier. Ja, okay. Welches Buch ist das, Mariam? Was steht auf dem Buchcover, was steht im Arabischen? Wo finden wir diese Quelle? Äh. Hets News. Hets News. Ha, ha, ha. jetzt ist ja ein bisschen noch hier drinnen wahnsinn wir haben die 400.000 geknackt 400.000 wahnsinn gottes segen ihr wundervoll was leugnet er denn den gesamten koran die gesamte tradition von muhammad wie geht es deinem und den geht es so gut das glaubst du gar nicht den geht es einfach blendend den geht es richtig blendermed richtig blendermed geht es dem hund der erlebt sein leben der chillt sein leben das ist unglaublich er hat es so gut ich wünschte ein hund in deutschland hat es besser als menschen in anderen ländern das ist unglaublich ein hund in deutschland hat kranke für sich einen platz zum schlafen wird ausgeführt das ist unglaublich so 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Würdest du das auch unter Eid vor einem deutschen Gericht bezeugen, dass das genauso da drin steht und man den Islam auf der Stelle verbieten sollte? Ja, ganz genau. Also 100 Prozent, Amir. Unter Eid, Leute. Wenn das also nicht stimmt, was wir hier gerade zeigen, unter Eid, Leute. Ja. Habe ich euch nicht gesagt, gehört der Islam zu Deutschland und Europa? Gehört das hier hin? Soll jeder für sich selber entscheiden? Ja. Und die Leute schlafen immer noch. Schlafen, schlafen. Marja, auf welcher Seite steht das denn? Das Buch von Abu Shujayna, genau, Abu Shujayna. Auf der Seite steht die Seitenzahl auch dabei. Die Seitenzahl? Könntest du das nochmal überprüfen? Ich muss es nochmal überprüfen, sonst muss ich wieder raus. Und dann bin ich raus hier vom TikTok. Ich muss wieder raus dann, ne? Ja, kannst du kurz rauskommen, dann wieder rein. Nimm dir kurz ein, zwei Minuten, guck ganz kurz, was für eine Seite das ist. Das wird ja gezeigt. Ja, mach ich, alles klar. Dann bis gleich. Danke dir, danke, Christa. Oder bitte. Ja. CD, lieben. Ist das krass? Gut, dass du das gesagt hast, Curly. So können wir eins zu eins sehen, dass das sich im Islam befindet, nicht bei uns. Bald mach ich auch nochmal ein Video, wo ich alles separat, jede kranke Sache im Islam, TikTok sportlich, in einem Livestream verpacke, hier, in YouTube. Da habt ihr das nochmal in einem kompletten Livestream. Jede Einzelheit mit Finger in Vulva von Kindern und alles. Das ist der Wahnsinn des Islam. Da habt ihr das in einem Stream. Da könnt ihr das nochmal alles abspielen und dann habt ihr das dort. Hammer, ne? Das muss in ganz Deutschland, die Euromuslime müssen aufgeklärt werden. Die Euromuslime, die mit dem Islam nichts zu tun haben, aber auch die Dauer-Teams. Ja? Die müssen dann, äh... Was? Die spannendste Frage für mich ist, warum Allah nur Arabisch kann. Ja. Dieser Gott des Islams ist einfach der Gott der Araber. Und diesen Gott der Araber wollen sie allen Menschen aufzwingen. Sie haben auch versucht, meine Landsleute zu arabisieren. Aber wir haben unsere Sprache behalten. Ja, ich hab's gesehen. Da steht die Seite. Ich hab's gesehen. Warte mal. Das Buch von Abu Shijayna. So, was sind das für Zahlen? 1, 2, 2, 6. Da muss Malian gucken. Malian kennt sich besser aus. Ja, warnt eure Familienmitglieder, ne? Falls die eine dumme Entscheidung für den Islam getroffen haben, dass sie ganz genau wissen, dass der Islam eine einzige Katastrophe ist. Gott segne euch. TikTok sportlich. Armin, wieso wechseln so viele in den Islam? Ich verstehe es nicht. Durch Propaganda. Das ist reinste Propaganda. Du siehst auf einmal, dass wenn ich auf einmal diese ganzen Sachen hervorbringe, wer würde zum Islam konvertieren? Sag mir. Wer würde zum Islam konvertieren, wenn er das herausfindet, was wir herausgefunden haben? Würde es einen Menschen, der ein wenig Gehirn noch hier oben drin hat, sich für den Islam entscheiden? Sagt es mir. Und außerdem konvertiert keiner. Genau. Tina hat es gesagt. Keiner konvertiert. Keiner konvertiert. Die Muslime geben es selber zu. Die sagen, schaut euch nur um in unserer Oma. Wer konvertiert zum Islam? Es sind nur die Frauen unserer Brüder, die zum Islam konvertieren. Keiner konvertiert zum Islam. Ha! So sieht es aus. Und dann gibt es einen Schech aus Somalia oder Sudan oder wo der Typ herkommt, der eine ganze Predigt darüber hält, wie man Abtrünnige dann ab in den Kochtopf mit denen. Versteht ihr? Versteht doch sportlich. Ist Mariam wieder da? Mariam, bist du da? Das ist unfassbar. Ich muss direkt an den großen Kochtopf von hier, Majesthetics denken, oder wie der Typ heißt. Wie heißt der? Dieser Druide von Asterix und Obelix. Der mit diesem weißen langen Bart. Der macht da einen Zaubertrank. Mit Dr. Superchef. Ich gehe auf Miracolix, genau. Einfach Miracolix. Er hat ja auch so einen riesen Topf gehabt. Habt ihr gesehen? Wo dann der Obelix irgendwie da reingefallen ist. Kennt ihr das noch? Diese Geschichte, wie der Obelix auf einmal so stark geworden ist. Der ist einfach in diesen Kochtopf gefallen, wo dieser Zaubertrank drinne war. Ja, und dann, wenn man so einen Superschech wie mich und so eine Superschechin wie Mariam dann da reintut, da hast du auch Zaubertrank. Ich gehe kaputt. Nur so kann man das ertragen, ihr Lieben. Nur so kann man das ertragen. Das kannst du keinem erzählen, ehrlich. Das kannst du keinem erzählen, was hier in Deutschland abgeht. Das ist unglaublich. Beziehungsweise in den islamischen Schriften. Einfach Finger in die Vulva eines achtjährigen Kindes zu... Ja. Das kommt auch noch dazu. Barne wird schlicht. Ekelhafte. Ekelhafte Sekte. Boah, boah, übel. Ich kocze gleich. Es spart nur Luft. ist das ein dreck 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 das kannst du gar nicht mit worten fassen wie kann man sowas in seinen büchern verzeichnet haben das ist unglaublich nein ich musste gerade spucken ich habe nicht gekotzt aber hab kurz gefühl gehabt das ist krank ja das befindet sich im buch von ibn qodama in almukni band 10 seite 152 da findet ihr das band 10 seite 152 es gibt keine strafe für den mann der sein finger in die vulva von ein kleinkind dann rein tut nein band 10 seite 152 nicht 240 ich habe das durch ich bin ja in kontakt mit so einem arabisch muttersprachler der islamisches recht auch studiert hat und ich ihn immer frage bezüglich der quellen er hat das eindeutig bestätigt er meinte ja das steht eindeutig so in seinem buch und das ist das aller ekelhafteste was er selber gelesen hat widerwärtige ja in der in der online ausgabe findet ihr das warte ich sag euch das sofort oh verstoß verwarnung dann live wurde wegen sexuellen anzügliche inhalte gemeldet wiederholte verstöße können dazu führen dass dein live eingestellt wird krass wahnsinn moin morgen mein lieber gott segne ich meine familie ebenso ebenso ich habe wieder einen tollen hadib gerade gelesen ja sei muslim 511 warte ich gucke aber nichts anstößiges bitte die melden mich wie verrückt die wollen dass ich aufgehalten werde ich lege dir in ihren eigenen büchern ja ich weiß aber wir können es nicht mal vorlesen das musst du dir aber vorstellen aber da kommt jetzt keine beleidigung vor da kommt jetzt keine beleidigung vor muslim 511 die frau wird dort sehr sehr hoch gehalten natürlich sehr hoch ja genau dass das gebiet das gebiet wird annulliert durch eine frau ein esel und ein ein hund dieser und hunde sind auch so hoch in islam ja natürlich die sind nämlich nettes hörte profit mohammed leute ich glaube ich gehe raus bevor der stream gesperrt wird ja ich muss raus leute danke dir für den hadith ja mein lieber gott segne dich ja ebenso ja besser ist das bevor ich diesen account jetzt auch noch hier gesperrt bekommen oder was ich gucke mal dass ich eventuell dann heute abend live komme ja ihr wundervollen gott segne euch ja gottessegen haben wir danke für den stream alle ehre dem herrn jesus christus kommt lasst uns noch einmal schnell beten und dann gehen wir äh raus herr jesus christus mein herrn mein gott ich danke dir von ganzen herzen herr dass wir wieder aufklärungsarbeit betreiben konnten herr dass wir einen weiteren tag haben um dich zu ehren loben und zu preisen herr dass uns die möglichkeit gibst ja viele seelen zu erreichen durch diese plattform herr dass sie die botschaft hören herr jesus christus dass sie erkennen dass du der retten kannst herr jesus christus und religion uns nicht weiterbringen religion sind in sich tot du bist das ewige lebendige wort gottes das mensch wurde und für uns bezahlt hat herr hab dank für deine güte gnade und liebe herr jesus christus wir fühlen uns wirklich in deiner gegenwart sehr gut aufbewahrt und dein wort soll gesetzt sein in unserem herzen herr jesus christus hab dank für alles herr wir beten auch wieder für unsere geschwister herr die das leid durchmachen müssen herr jesus christus dass du ihnen das leid ersparst herr jesus christus aber auch für die menschen die gerade hier drin sind auch die muslime dass du ihnen die augen öffnest herr dass du ja ihre familiensegnis herr dass sie auch zum glauben finden an zu dir herr dass sie errettet werden denn wir lieben die menschen herr und möchten natürlich dass sie gerettet werden wir beten auch für israel und palästina herr dass du dort gnade mit den menschen hast herr dass das bald aufhört aber nicht unser wille soll geschehen sondern dein wille soll geschehen darum bitten wir dich in deinem heiligen heiligen namen okay danke ihr lieben danke dass sie da war danke für die geschenke danke für die ganzen likes gottes segen ihr lieben ich wünsche euch von ganzem herzen alles gute möge der herr jesus christus euch segnen euren namen buch des lebens verzeichnet haben und dass ihr immer in der liebe wandelt und das böse mit gutem überwindet amen gottes segen ihr lieben dann eventuell bis heute abend oder bis morgen ja ich denke dass ich dann morgen eventuell den youtube stream dann durchziehe und gucken wie ich das zeitlich schaffe ihr müsst auch bitte verständnis haben dass ich das irgendwie auch nicht irgendwie hinkriege wegen der zeit gottes segen ihr wundervoll macht's gut